Invite Friends No Quack und Drillkohl Ich weiß nicht wer es ist Aber irgendeiner ist bei mir gerade ganz oben In der Freundesliste Der heißt der Simpende Boss Was zur Hölle Der Simpende Boss Alter, als ob ihr wirklich alle reingekommen seid Das ist ja wild Es funktioniert mal von Anfang an Als ob du noch immer Hilfe mit deinem Puzzle brauchst Ohne Scheiß, weißt du wie schwer dieses Puzzle ist Du kannst es dir nicht vorstellen Aua, ich habe mich angeklöckert mit Wasser Guck mal, das können wir jetzt noch nicht mal live sehen Das ist doch scheiße Ja, wenn wir noch mal spielen, mache ich an Kriegst du einen VAC-Bang Ein OHG Ja ey, ich mache nicht die Regeln Eigentlich schon Du schon Ladebildschirm Bei mir wird erst der Kleine gestartet Bei mir wird gerade das The Forest Logo angemalt Von links nach rechts Jetzt ist es voll Was ist das für ein Kind bei mir? Das gehört nicht mir Der sieht aus wie du mit Buzzcut Das Kind? Ja Witzigerweise, ich habe kein Kind Ihr habt keine Kinder? Ich habe mich jetzt schon erschrocken Ich bin schon mal geflogen, dass das nicht passiert Das ist meine größte Angst beim Fliegen Das klang gerade so, als ob das nicht voll konventionell ist Meine größte Angst beim Fliegen ist, dass ich abstürze Meine Cam ist schon wieder hängen geblieben Was ist denn mit dieser scheiß Cam los? Ich schmeiße die aus dem Fenster Oh Gott, wer ist eher Sag, als würde ich Porn abgucken Hör auf jetzt Ich meine natürlich Wer ist ihr denn? Ich bin... Äh, falls bei euch gerade auch der Stream gerade am rumsterben ist Dann liegt das an Twitch, das haben gerade wohl viele das Problem Welche Fließe sind nicht da? Äh, wer hat denn euch die braune Hose? Moin Alter, ihr seid gerade original zeitgleich aufgestanden Ihhh Boah, war die schmutzig Oh Fee Ich muss bei eben kurz meine... Oh, meine Cam... Fee, du hast eine Glatze Okay Du hast voll... Du siehst aus wie Luke So Fee, schneid Videos Ich bin gar nicht da in Katte, du... Alter, ist die Mausen, finde ich gerade 5000 Äh, hey Ja, nix sieht aus wie so ein... Hipster-Junge Wer zu viel Tame Impala hört Äh, das bin ich So, jetzt hab ich einen Hotkey, um mich zu muten Das ist doch traumhaft So, kriegt ihr keine Axt? Kann nur einer die Axt nehmen? Ich hab mir auch eine Axt Oh, meine Mausempfindlichkeit ist desto schlimm Warte, welche Axt? Wo? Oh, hier ist Freddy Fire an Ups, aua, musst du mich... Du musst dich direkt zurückschlagen Könnt ihr euch bitte nicht direkt hier umbringen? Wie ist das, wenn wir einfach auf ihr eingehen? Ich hab'n Stein Ich hab'n Stein Wenn du die häutest quasi, dann kriegst du das Outfit von der So, meine Lieben Freunde, angeschnallt Ähm, ich soll erstmal den ganzen Stuff hier mitnehmen Ja, damit... Ich hab'n keine Ahnung von der Steuerung grad, ich muss mir das nochmal durchlesen Wo kann ich hier eigentlich die Lautstärke ändern? Äh, bei Gameplay Ah, okay Gameplay Jungs, bin weg, ne? Wo? Wo ist es? Ich paare mich Ich weiß jetzt schon, dass Pasi das töten will Nein, Pasi, ja, Alter, no joke Wenn du das jetzt direkt machst Wo ist es? Direkt auch dann Wir brauchen Essen Ist weg Oh, ich hab vergiftete Pilze gegessen Kann man irgendwie... Da war jemand in Amsterdam Ich hab'n Ball, Freunde Alla Steuerung, ich muss erstmal Steuerung gelesen, ey Wo seid ihr? Wo bin ich? Dass man die nirgends nachguckt Wir sollten vielleicht nicht alle direkt auseinanderlaufen Ich hab'n... Äh... Eichenchen Wo? Ach, das geht mal wieder Ja Überlebenshandbuch Drücke I, um dein Inventar zu öffnen Oh Ach stimmt, das... Ah Ach ja, man muss ja... Oh Guck, wir gehen nochmal craften Ne, ne, ich trinke... Fuck, ich hab Alkohol getrunken Sorry, Leute Ich hab'n Ball geworfen Ich hab'n Molly Okay Ich guck mir jetzt erstmal das Buch an Das können wir denn machen Oh Ich muss den, glaub ich, anzünden This is your crafting Ah, okay, Molotov Basics of Survival Wie wär's, wenn wir erstmal ein kleines Hütchen bauen? Äh... Ne Also Blockhitte Hat er das Game noch nicht gechanged To The Forest? Eigentlich hatte ich das alles gechanged Wahrscheinlich hängt Twitch wieder hinterher Aber danke, Fabi Okay Äh, was bauen wir? Ich hab' grad kurz den Chat gelesen Ja, war jetzt die Frage, ob du eine kleine Blockhitte willst Oder direkt eine Blockhitte Äh... Ich würd' sagen, erstmal eine kleine, oder? Können wir machen Boah, Alter, mein Game ist grad so ein bisschen am rumhampeln Oh, yo Soweit ich weiß, war, glaube ich, Forrest ziemlich ressourcenfressend Hm Würde ich ein bisschen runterstellen So, Leute, ich kenn' mich auch, das ist wie Minecraft hier Ach so Oh, sind da Netherwarzen? Ich hab' den Enderman gefunden Boah, bin ich stark Alter, Phil Trägt einfach zwei Yo Moin Er hat Wein, Spinat gegessen Ähm, muss ich Warte Ich leg's mal kurz hierhin Muss ich nicht vorher irgendwie einen Ort auswählen? Oh nein Nee, glaube nicht Ah doch Soweit ich weiß, am besten ist es beim Wasser seine Bude zu machen Geil Hier kommst du hin Hier ist Wasser Gut, was braucht man dafür? Ich hab's da mit So Ah, sieben, fünf Stau Bitte, bitte tu das nicht Also wir brauchen noch Äste Nee, wir brauchen jetzt nur noch fünf Locks Vier Locks Oh, hier ist ein Ding Komm, wir töten das Oh Okay, tun wir nicht Grenzen zu schnell Ach, schlau Ach, so, ihr habt schon alles Ja, wir brauchen nur noch Locks Das ist mir zu schnell Äh, nee, tatsächlich hat wohl Twitch gerade irgendwie Probleme Bei Phil haben die das auch schon alle im Chat geschrieben Twitch hat wohl gerade ultra Probleme beim Buffern bei allen Das ist ein bisschen scheiße I'm sorry Wenn du das Wie gesagt, ich bin dann raus Perma Perma Könnt ihr euch bitte nicht direkt hassen Das Game hat gerade erst angefangen Ich dachte, wir haben eben eine schlimme Zeit zusammen Okay, wir brauchen noch ein Äh, hier hinten ist noch eins Warte Hier hat sich sogar noch zwei Kein Ding Und bam Männer Jetzt kann man speichern Geil Wait, wir haben es schon fertig Ja Ich habe gespeichert Wofür habe ich die da mitgenommen? Äh, für das nächste Pass auf, das nächste was wir machen Oh ja, Feuer Ein Lagerfeuer Das kann ich, oh, speichern C Oh Ist er Black Screen? Mhm Ja, das Der kommt kurz Oh, hier ist wieder ein Lizard, Freunde Ich will angeln Ich habe einen Lizard getötet Leuchtfeuer Ich platziere das mal hier hin Oh Achso, wir haben schon eins Ich habe seinen Kopf Wie kann ich denn das wieder zurückgängig machen? Wie du dich Sieh, 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 sieh Sieh, sieh, sieh Sieh, sieh, sieh I got the Kopf Wir brauchen noch ein paar Äste Hier kriegen wir noch Äste Äh, für ein Lagerfeuer Achso, Äste habe ich noch Uns fehlt noch ein Blatt Ein Blatt Warum regnet es denn jetzt auch? Ja, voll kacke Super So Oh Oh Oh, oi Hast du das gra- Er hat das jetzt gerade kaputt gemacht Fehl Ich dachte, ich dachte, ich dachte Ich dachte, ich dachte, ich war zum Feuer zurück, links, 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 drücken Ich kann meine Axt nicht ausleihen Das war wirklich nicht gewollt Weißt du, da steht ganz dick E Ja, nee, C Oh, E, hast recht Aber ich dachte, man wählt das halt aus Und dann muss man halt drücken Das ist jetzt mein Fleisch, verpisst euch, ne? Oh, hier ist ein Vogel Ich hole ihn aus der Luft Komm her Komm her Du kriegst den, ich glaube er nicht Komm her Du schaffst das Boah, sieht das dumm aus, Alter Ich krieg diesen Vogel nicht Komm her Ich kaufe ein E und möchte nur ösen Oh, ich hab ihn Geil, zeich Ich glaube, ich muss Oh Ich muss mal was trinken Hab ich was zu trinken? Ja Oh, geil, ich hab Bier Ja, rein damit Der Gude Ich hab Bier So, was können wir noch Schönes bauen Wir können uns noch so ein Alter Leute Wir brauchen 82 Stämme Kriegen wir das hin? Vielleicht machen wir erst 13 13 ist machbarer Moment Hier kleine Blockhütte Pass auf Die kommt hier hin Dafür brauchen wir 13 13 Baumdinger Das ist easy Ja, Mann Oh Ich bringe Das Holzen ist das Müll Lassen Oh Gut Nice Wo ist denn da hinten? Oh, ich kann nur zwei tragen Ich schwächling Warum? Ich treffe den Fisch aber irgendwie auch nicht Ja, irgendwie haut der mit der Axt manchmal ein bisschen komisch Da braucht man einen Speer für so einen Fisch Nee, ich hab halt nicht Das haben wir bekommen Einfach aus dem Wasser geschlagen Also, du brauchst wirklich Lack Lack? Oh, ich hab Hörer getötet Ich hab Enten hier Du machst das einfach wie so ein Bär So, du haust den Fisch einfach so aus dem Wasser raus So, man kann im Wasser nicht schlagen FYI Wolltest du gerade eine Ente schlagen? Nein Bist du Jesus Der hat einen Schwan geschlagen, okay? Kannst du bitte die Schwanfamilie in Ruhe lassen? Arschlochkapitän Ich hau nur aufs hässliche Entlein Das macht es nicht besser Das arme Entlein Die Story gibt's nicht umsonst Wir brauchen noch vier Ich hol schon welche Mathe Mann Kein Ding? Der Papa macht es Denn der Papa macht es Gut Quote 666 ist übrigens Bist du Ziziz Fragezeichen Ach, ich hab keine Ausdauer mehr So Naja, wenn man die ganze Zeit so Baumstäbe trägt Das ist was vielleicht Ja, macht Sinn Äh, trage ich jeden Tag Das ist mein Morning Workout Immer schön weit gehen Erstmal fällen und dann tragen Aber nie behalten Random aber auch einfach Bäume fällen Mein Ding War die Bäume schon immer so fett Fettshaming an dem Baum Okay, wow Du möchtest aber auf eine ganz wilde Art gecancelt werden Neues Low erreicht Boah, ist die Gegend hier hässlich Jo, wir haben eine Hütte Geil Also warum bauen wir überhaupt hier jetzt alles? Hätten wir nicht einen besseren Spot finden können Kann man da reingehen? Ja, ja, hier ist die Tür Ja, kannst du einfach durch die Schön, gut, das ist das Fenster Ein Döner Äh, ja Moment, das ist Son Goku Ace Ma Döner Ähm Mit Schaf Mit Schaf Okay Ja, danke Was tut ihr da? Ach du Scheiße Ich komm nach draußen und ich seh euch hier nur Ach du Kacke Junge Kinder nix Guck mal Warte Warte Einfach so ein Bein Wir können unseren eigenen Menschen bauen Oh, hier ist ein kleiner Vogel Geh mal weg, ich will euch nicht hauen Aber ich will diesen Vogel töten Hör einfach diesen armen Vogel mit dem Bein kaputt Oh Ich hab auch was So, Freunde, wir haben was zu essen Alter Sexy Arsch Oh nein, unser Feuer ist aus Ich glaub, da wär auch ein bisschen zu klein So, ich hab Bock auf Fuß Ich hab Bock auf Fuß Sagt er Warum hat der, wenn du den trägst, wieder einen Kopf? Der hat ihn doch verloren Hold up Hast du ihn wieder Oh Ich glaub, das steht hier gleich Oh, ich hab ein Vogel Leute, ich hab ein Vogel bei mir Alter, du hast ein Vogel auf Ficker, was? Wann ist mein Bein? Mein Bein ist ready Ah, nee, doch nicht Das war der Vogel Hannibal wäre stolz Ja, Mann Was kann man denn? Hier werden die Kannibalen, die Aua, ich brenne Hilfe Alter Wir sind von so aus der Nase geflogen Wann, ich geb an Ciao Das war's mit der Folge Ciao So, Freunde, ich mach jetzt hier einen Garten hin Ich hoffe, du stört euch nicht Da geht da einmal Pflanzen einkaufen Vor allem, er denkt, er ist The Mates House Garten The Mates House Garten Ich mach mir jetzt einen kleinen Kräutergarten Oh nee, komm Sag doch gleich, du pflanzt Weed an, Alter Händen ist auch im Kräutergarten Ich glaub, ich muss mich gleich schlafen legen, meine Hauptausdauerleiste ist fast im Eimer Mach halt nicht so viel Die dunkelblaue Ja Oder wie Ich glaube Keine Ahnung Also links Oder muss ich dafür was essen? Wie essen? Das ist in der Mitte Aber die regeneriert ja mit Dings Wenn du voll vom Trinken und Dings bist Leute, ich hab Alter, hier ist die Bombe eingeschlagen Leute Ich komm Ich hab das Ende der Welt gefunden Komm, aber nicht zu schnell Moin Phil Neues Tier entdeckt Okay Wart hier auf euch Ach du Scheiße Was meinst du? Ich wollte actually echt reinfallen Aber dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich alles verliere Was? Aber auch tatsächlich Was ist das denn? Ich weiß auf jeden Fall Hier musste man sich so ein Abseide-Dings bauen Toilette Schubt der mich hier? Schubst mal Fee runter Oh ein Reh Wenn du das tötest, töt ich dich Wie süß ist es denn, dass wir eine kleine Leselampe haben Wenn man das Buch rausholt Speedrun runter sliden Ja los, geht's Alter Find a way into the sinkhole Ah, hier sieht man doch, was das ist Energy, Stamina Ja Die füll ich dir auf Das tot So Kann ich Batterien essen? Ich hab Fleisch, Leute Ich hab einen kleinen Stein Kommt das da jetzt drauf? Oh Gott, ist das schnell Nacht geworden, Freunde Ich bin ganz weit weg Es ist echt dunkel Komme Moin Fee Guna Leute, ich schwör's euch, wenn jetzt gleich hier irgendwie so ein Ding kommt Ich scheiß mich ein Boah, ist das dunkel Wusstest man sich nicht im Bett craften? Ne, du kannst hier schlafen Ich mach mir mal immer Fleisch gerade In dem Zelt hier Achso, wenn sich die Leiste hier füllt Genau Fee, wenn ich du wäre, würde ich davon jetzt nix essen Wie geht das mit dem Schlafen? Ich glaub, da fühlt sich so eine Mondleiste Hier siehst du die Mondleiste Wenn die voll ist, kannst du schlafen Dann ist es schlafenzeit Ah, okay Dann dauert es ja noch ein bisschen Leute, was sind so eure Ängste? Oh, wir machen jetzt kein Lagerfeuertalk Aber einfach aufgestanden und gegangen Was genau Wie kann ich abbrechen? Wo genau wollen wir denn denn sind? Wollen wir wirklich hier bauen und bleiben? Oder suchen wir uns Eigentlich ist das doch voll smart So nah an diesem Loch Dann können wir uns hier jetzt voll Eigentlich mehr deine Base bauen Und so Sachen holen fürs Essen Und so Naja Soweit kann ich mich noch erinnern Na, am Loch Also das wird halt immer schwieriger Je länger man lebt Das weiß ich nicht Wir sollten auf jeden Fall So einen Wasser-Sammler bauen Ein Wasser-Sammler Der geht ziemlich easy Water-Collector Dafür braucht man aber eine Schildkröte Ja, die findest du am Strand Wir haben eh gleich hier einen Strand Okay Warum? Da können wir ein Wasser-Sammler Was halt Eine Checklist auch Aber Ja, auf der Checklist steht bei mir sowieso gerade nur Wir sollen das Loch erkunden Und die Plain-Passagiere Oh, ne, stumm Nee, tot Okay Moin Kann man jetzt schlafen? Ja, jetzt kann man Na ja UNA UNA In Camp Rock GUMO 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 So, ich hol jetzt erst mal eine Schildkröte Jawoll Was wird hier hinten gebaut gerade? Wo hinten? Irgendwas mit Ästen Ähm, da hab ich Hunger Oh ja, ich hab auch ganz schön Hunger Ach du Kacke Oh ja, tschuld Oh, die Shit Ein Fleisch liegt da noch 1-1 pack ich mir noch drauf Glaube ich Liegt der Körper noch da hinten? Ne, den haben wir schon verbrannt Daraus bekommt man Knochen Und die können wir zur Rüstung benutzen Oh, Fee Hast du gecheatet? Ihr habt aber auch noch Snacks Im Inventar, ne? Ja, ja FY Die gab's im Flugzeug Flugzeug-Snacks Immer ultra nice Ultra nice Oh Das hab ich jetzt gemacht Ich hab Bier Das ist super Scheiß, eigentlich Leute, ich hab'n Dorf gefunden Hier sind die Villager Ne, noch Shit Ich hab'n wirklich'n Dorf gefunden Aber Die Cash Ist hier ein aufgespießter Kopf? Passiert öfters Ich hab'n Cell gefunden Aber das haben wir doch Das hab'n abgehauen Die Stöcke nehme ich gerne Leute, hier sind Cells Wieso kann ich die Stöcke nicht nehmen? Äh, bei dem Inventar wahrscheinlich voll ist Ne, ne Ich konnte die nicht Anklicken Ich geh' mal zum Pasen Houdini Houdini Aber in den Zelten ist einfach gar nichts Die kann man maximal speichern Top Guck mal, wir werden ja gar nicht brauchen müssen Hier ist bei mir jemand Das ist ein Flugzeug Noch ein Flugzeug? Also über uns Fliegt Also ich glaub'n Dieser Mann läuft auf Allen Vieren Äh Ich würde Ich würde mich von ihm entfernen Ich hab'n Stern Ich kann ihn abwerfen Wo ist der Salamander? Der Salamander läuft um mich rum Ha! Ich hab'n Oh ja, wir müssen noch was zu trinken holen und so, ne Craften am besten Äh Wie gesagt, dafür brauchen wir am besten ne Schildkröte Ja Dann haben wir diesen Wasser-Kollektor Oh, hier ist ein Boot Aber versunken Man kann sogar Felsfahrt machen Felswand wäre auch Ja, du kannst ja Deine eigene Bude auch So gesehen bauen Ich hab'ne Pflanze gefunden Können wir einen Baum hochbauen? Tu mal mit deinen Bäumen Bäumhäusern Ich finde es einfach Schott aus dem Dschungel Oh, oh, ah, ah Freistehender Seilrutsche Kram Kram Einer Baumseilrutsche Boah, die nämlich Da sehe ich dich Ja Hey, Lizy Hallo Janik und ich Jo, wir müssen Ressourcen suchen Ich will ein Baumhaus bauen Ich guck mal, was man alles schön ist, bauen kann Hier ist keine Schildkröte Hm Basics of Survival Haben wir Oh, hier sind zwei Wilde Die weggerannt sind Ich hab' hier ganz, ganz viel tote Wale oder Haie Oh, oh Janik, ich bring' die mal mit zu dir, ne? Ja, klar Wie grob Ähm Ich dachte, ich... Okay Ja Ach guck mal, die laufen aber weg Alter, der ist aufm Baum gelaufen Mhm Und der ist wieder runter Und wieder runter Hier ist ein Vogel Zwei sogar Mach nicht das Ne, ich hab die Vögelung gebracht Aber du hast auch das Ding kaputt gemacht Ein bisschen Das ganze kaputt hauen Das ist nur wie das Feuer Ich hab ne Feder von dem Collected Ich hab versucht hochzuhauen Ich hab keine Rutsche gefunden Ich hab keine Rutsche gefunden Keine Rutsche gefunden Einfach, einfach, äh, hier Galileo Rutschtest Ich hab da mal was draufgelegt Zum Essen Ich hab auch noch was draufgelegt Hast du nen Fisch draufgelegt, oder? So nen Salamander Und, äh, ich glaub' Noch was anderes Ne, also nimmst hier fliegen Ich hab da mal ein Fisch draufgelegt Guck mal, du hast nen viel krasseren Salamander gekriegt True Freu dich doch, bitte Tue ich Jam, Mann Jam, Mann Alter, ist das hier windig Jo, guck mal dahin, der Baum Der ist richtig, richtig gebogen Phil ist nicht begeistert Was für nen Baum? Der jetzt ist nicht mehr windig Achso Ey, fäll, fäll, fäll Ja Hi Was geht Gott, ich fäng keine Schildkröte Ich komm wieder Warte mal, guck mal Kann ich dich entwerfen? Kannst du mich bitte nicht hauen? Warum denn? Steht's mich so drauf? Ich hab ein bisschen Angst, wenn man mich schlägt Oh, was hab ich jetzt gemacht? Wir brauchen auf jeden Fall für unser riesiges Lagefeuer noch ein paar Äste Was hab ich gecrafted? Äh Verbesserter Stein Äh, die dunkelblaue Leiste macht man übrigens wirklich mit Schlaf wieder voll Und das ist so deine Hauptstamina, die du höchstens haben kannst, deine Maximalstamina Was bräuchte noch? Oh Sechs Knochenbrüder Schwierig Ich hab einen verbesserten Stein Ich hab ihn mir an Guck wie rot der ist 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 Weil bei mir ist ein Wilder Geh nicht zu weit weg, Pasi Kann ich nicht verlieren Ne, ich komm auch wieder zurück So, ich find keine Schmerzen Warum? Warum? Geh doch ins Wasser Weißt du, Phil brennt und springt nur in die Luft Hä? Hä? Mein Schmerz hat gebrannt Ist gar nicht verstanden Leute, Hilfe, die kommen auf mich zugerannt Dann komm doch zurück Ich komm zurück, aber Okay, sie läuft wieder weg Die haben gesehen, wie hässlich ich bin Sag mal, brennt der? Ne Äh, ich brauch noch einen Stick, dann haben wir ein richtig krasses Lagerfeuer Gucken mich jetzt an, als wär ich hier der weirde Hehehe Well Think about that Think Think Warte, was brauchst du? Bam Im gleichen Augenblick hab ich was umgeballert Yo Leute Wir haben jetzt einfach ein Osterfeuer Sing das Lagerfeuer Ohohohohoho Junge Wo ist das Feuer? Ohohoi Alter, du hast einfach gehalten So Ich hab Geld verbreitet Ich hab Geld verbreitet Ich hab Geld verbreitet Ich hab Geld verbreitet Top Ich geh denn da jetzt rein, so Fuck Kann ich in den Grillen? Vielleicht nur auf dem Kleinen? W-Wer Wer Wer hat das gemacht? Ähm 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 Wir haben Wir haben Ähm Wir haben einen Haifischkopf Warte Tadaaa Das Feuer wurde zu Haifisch Ähm Wieso war ich das nicht weh anmerken? Gut, das war eigentlich schwer zu bauen, ne? Äh, hi Tobi Liebe, liebe Grüße auch an dich Kuss Ach du du Äh, liebe Grüße von Tobi an euch Grüße Ähm Äh, hier ist irgendwo ein, ein Schreihals Fick den Zwei sogar, komm, wir machen den wirklich kaputt Oh Ihr macht das Ja, macht das super Oh man Gute Ankunft Nice, einer tot Fick dich Weiter so Oh ja Wow Der ist raus zum Wasser gefloppt Wie einfach sein Sein Arm ist voll weggeflogen So wie Huuui Ähm Bauen wir nochmal das Feuer Ne So Ich baue das nicht mehr Ich baue es Wie, wie, wie hieß das? Großes Feuer Weiß ich nicht Äh, warte Äh Bonfire Bo, 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 bo Bonfire Kannst du das nochmal placeen? Äh, ja Moment Machen wir Äh Seid eher so der Xbox oder der Playstation Typ? Ich save Playstation 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 Xbox Einfach nur um gegen euch zu sein, nicht Spaß, ich bin auch Playstation Mensch Und wer ist Xbox Mensch? Der Gabe Newell Juck nicht Juck nicht Einfach immer so random sagen, wenn du so mitbekommst, dass irgendwelche zwei random Menschen auf der Welt sich miteinander unterhalten Juck mich nicht Okay Komplett lost einfach Also ich aber auch nicht Wie hat das jetzt interessiert? Oh fuck No Boah, Alter, ey, du kannst hier Vögel so aus an... Junge Phil, was baust du? Ich will jetzt ein Riesenhaus bauen Was ist das denn? Du baust kein Riesenhaus, du baust gerade eine fucking Villa Ja, aber... Wir müssen ja auch viel Lager Was für ein Lager? Was ist das für ein Lager? Nein, wir müssen viel lagern im Haus Aber was müssen wir denn lagern? Ich will, dass hier ein Fenster reinkommt Hier auch Hier auch Hier auch Hier kommt eine Tür rein Ne, hier vorne sollte die Tür eigentlich rein Es kommen mehrere Türen rein Ähm... Was will er denn jetzt schon wieder bauen? Das ist der Grund, warum du nicht im Projekt bist, Tobi Lol That's funny because it's true 77 Baumstämme, Phil heiz Maul, die sammelnst du alle selber Ja, sammeln wir doch jetzt Ich bin schon dabei Ich hinterfrag Phil auch einfach gar nicht mehr Wirklich, Phil braucht 77 Baumstämme Phil kriegt 77 Baumstämme Können wir da alle so sein wie Ja, ne Moin Äh, du musst eigentlich das hier Weiter zubauen Damit dann... Warte, warte, warte Machst du Ich hab extra weggezogen Weil ich vergessen hab, dass Friendly feiern ist Ich hatte richtig Angst, dass ich dich noch treffe Nicht unerscheinlich, nicht unerscheinlich Warte mal, ich glaub ich hab das gerade hieß So, das brennt wieder Scheiß Ich will so ein Vogel wieder aus dem Leben kicken Hä, kann man nicht Wenn keiner auf abgießen will Um die Axt, äh, zu holen Auszunehmen Äh, eins Haben wir nämlich auch schon gefragt, ist eins? Ja Ne, bei mir nicht Oh ne, ich hab irgendwas gegessen oder getrunken Wahrscheinlich mal wieder ein Bier Ich im Club Gibt's nicht irgendwie so ein Inventar-Rad oder so? Ne Das ist a forest Ja Ist immer noch in der Beta Phil Phil, sehr große Worte für jemanden, der nur ein Projekt ist, um Holz für Yannick und Pasi zu sammeln, mein Guter Phil ist unser Architekt, Tobi Phil ist unser Architekt, Tobi Er hat schon mehrere Preise gewonnen Phil, das Architekt ist einfach Baumhaus Warum hab ich kein Baumhaus gebaut? Es ist halt ein Baumhaus, ohne Bäume Das ist ein Baumhaus auf dem Boden Es ist ein Boden-Baumhaus Aus Versehen Bier trinken, wer kennt's nicht? Ich immer mit 14, hoppla Ach scheiße, wieder besoffen Innenarchitekt oder richtige Architekt? Arsch-Architekt Art-Attack-Architekt Phil ist der, der den Bastelkleber hat Da ist wieder der Bär mit dem Kleber Guck mal, da ist ein Vogel auf der Leiche Das sieht nicht okay aus Ein Vogel auf der Leiche? Ja, komm mal her Das ist nicht okay, glaube ich Oh, jetzt ist er weg Tschüss Vogel Das war nicht okay Das war dieses andere Bild Alter, ich glaube, so schnell sind noch nie Quotes in meinen Stream reingekommen Ist einfach Chaos-Stream Version 2 gerade Arsch trinken, schlürf schlürf Ein damit Yum yum Ich glaube, ich habe gerade noch was Verbranntes gegeben Nein Bis dann Martin, schön, dass du hier warst, Mann Ich verstehe nicht, wie Schildkröte existieren Was ist mit dem Vogel? Alter Der Vogel ist einfach gerade auf der brennenden Leiche gelandet und gibt einen Schild zu uns Bei mir ist hier gerade wieder so eine Eidechse rum Die ist durch die Wand gelaufen Ich habe Last wegen gefunden Last leben? Mein Leben ist ein Last Chill Willst du reden? Ich habe Computerteile gefunden Janik, deine Amazon-Bestellung ist hier Nice! Endlich! Äh, Leute, unser kleines Lagerfeuer ist kaputt und wir haben nichts mehr zu essen Wie haben ihr das große? Kann man daran auch was reinpacken? Nein, nein Ich habe eine Schildkröte gefunden, stirb! Oh Schildkröte ist sehr gut Äh, dann mache ich nochmal ein kleines Lagerfeuer Jo Basic Fire Oh Wieso kann ich das nicht ausrüsten? Insaneless, aber immer noch, danke sehr Das Geisteskrank Also schick Schick, oder? Ich dachte, man muss sich manchmal auch einfach neben seine Kreation setzen und das kurz bewundern Janik? Ja? Ich will, dass du das Ding jetzt in der Hand hältst, was ich dir jetzt geben werde Oh Kann man auch nicht aufhören Kann man auch nicht aufhören Kann man auch nicht aufhören Wir brauchen nur noch 64 Logs, das ist doch nix Oh, das ist ein hoher Baum So haben mich damals alle in der Schule genannt Hoher Baum? Hoher Baum? Äh, ja, tatsächlich Weiß ich Was ist die Geschichte dahinter? Warum? Äh, ich bin, ich weiß nicht War mein Spitzname, ich hieß einfach irgendwann so Moin Baum, es geht So Janik, alles was du hier hast, wirf's weg Äh, tatsächlich hab ich die noch, ja Warte kurz, ich bring ihm die Logs weg Ups So Bin da Bist du ready? Was ist das denn? Nimm's Und guck's dir an Ach du Scheiße Das tut, das tut mir im Herzen weh Phil, Phil komm mal her, komm mal her, komm mal her Aua, wie der Kohl Oh Gott Die Arme Aber komm, wir können doch Huch Nein Warum brennt hier eigentlich so viel? Weiß ich auch nicht Ist nur Sauna So, als würds in der Sauna brennen Wer hat denn den, den Teelkrötenkopf? Find clean water to drink Perfekt, ich hab Bier Jawoll Hast du den jetzt auf Brrrr Das sieht aber irgendwie grad süß aus Das sieht aus, als ob der so durch die Wand guckt So, guck guck Aua Leute, ich brenne Achso Geh doch ins Wasser Sag ich mach nicht den Philips Geh doch ins Wasser, ich lauf grad ins Wasser, du Volldämmter Hier ist ein anderes Wasser, was eine Wasserstelle, die näher ist Ja, ich sag immer, ich hab Bier, um cool vor den anderen zu wirken, Liz Bitte lass mich nicht aufliegen Trinke ich euch so einen schönen Schildkrötenkopf, da wird man hier nur beleidigt Selbst, dass ich Cola trinke, ist schon echt viel Meine Mutter darf das nicht wissen Was ist, wenn ich auf diese Konstruktion hier links klicken mache? Parsi Ich hab, ich hab ein Button für Quick, Quick Kick Quick Kick Gut Kick in die Runde, Freunde Es geht schnell Nee, bitte nicht, ich will nicht länger streamen Stimmt, ich hab noch Points bei dir Ich warte die ganze Zeit drauf, wann ich das mal einsetzen will Ich warte immer drauf, dass du irgendwie auf irgendeinem Game gar keinen Bock hast Ich hätt's bei The Last of Us machen müssen Oh Dann hätt's nur mich gekillt, Alter Ich find's aber schön, Fee, dass du schon vor dem Ende keinen Bock mehr auf The Last of Us hattest Ja, ich hab diese komische Truder da gespült und hatte keinen Bock mehr Abby? Ja Die ist tausendmal cooler Alle, beide sind scheiße Streng genug Streng genug Wie krass Peter Parker in der Last of Us ist Haben wir das gleiche gespielt? Ich glaub ich hatte die, ich hab die Version vor dem Patch gespielt Ah, okay Ist das neue Spider-Man DLC raus, oder wie? Alter, als ob wir jetzt wirklich diese riesen fucking unnötige Hütte zusammenzimmern Wir haben noch nicht mal ein Dach gleich Stimmt Ja, aber wir können ja noch ein Obergeschoss und so machen Ja, klar Mach Obergeschoss, ja Wir können doch noch einen Keller machen Jo, geht das? Geht das? Kannst du auch noch einen Pool einbauen Wir haben doch hier einen Pool Ich hab hier einen Zettel gefunden Einen Zettel Hausplanung war super Ja, das ist toll Wirklich Kriegt mal einen Preis für Sag mal, sammelt ihr eigentlich auch noch einen Locks Oder bin ich der einzige Horst, der gerade hier sammelt? Ich erkrung grad die Welt Das ist auch gut Ich mach wohl die ganze Zeit Medizin Ach, wir haben jetzt hier so einen Water-Collector Wie benutzt man den? Das muss ich erstmal reinlegen Und kannst du da auch kosten Wie funktioniert der? Ich liebs, dass man Jannik einfach nur einen Grundriss hinstellen muss Und bevor er drüber nachdenkt, hat er einen halben Vorhof schon gebaut True, ich bin Macher Ich denk nicht Ich bin Macher Ich hab Angst Ich bin der Bauer Weiter Kann ich bitte essen? Oh, wir können gleich wieder schlafen gehen Ja, Jannik ist der Star, ne? Mhm Was du möchtest? Ich seh nix Mal Raum, auf Passe, wenn du gleich zurückkommst, wir können schlafen Dazu muss ich erstmal zurückkommen War da Spielstunde immer so dunkel in der Nacht? Ja, du sollst ja nix reden Finde ich nicht aber cool Trägt zwar Atmosphäre bei Okay, also ich will ja nix sagen, aber ich vermisse die Nacht schlimm Bitte was? Hier ist ein Verrückter Sag mal Sag mal Ah Ich seh da hinten nur einen Baum fallen und es kracht Warte Ich hab nen riesen Baum gefällt, wo Äste rausgeploppt sind Aua, ich bin tot glaube ich Ne doch nicht Dir ist kalt und du bist nass Äh, ja Ich seh nix Äh, Tobi, super witzig, aber bitte guck dir die Quotelist an Bevor du jetzt den Chat komplett zu ballerst Weil heute ist sehr viel dazu gekommen Heute war geisteskrank Ich schau dort immer noch an den Liste Kuss Ahhhh Oh 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 Ja tschüss Können wir jetzt einfach schlafen gehen? Ne ne, ich glaube wir können nicht weil Dann hacken Dann hacken Sonst macht die Wände kaputt Oh sorry Warum auch haust du mich dann? Ich bin fast tot Einer hier ist tot Boah der ist einfach abgehauen der Bilde Ich hab nen Körper, das würde dich erschrecken Das würde dich erschrecken So, gehen wir schlafen Guna Schnell, schnell, schnell Macht, macht Guna Jetzt werden wir gefressen weil da noch einer in der Nähe war Aaaaah Okay, man kann nicht schlafen wenn einer in der Nähe ist Mir ist nicht mehr kalt Warte Achso, ich dachte der wäre Oh Gott, das ist wild Ich will nicht Wasser trinken, ich will ihn umbringen Nice So, können wir nicht schlafen? Ich glaube Lass versuchen Set Da ist noch einer Wo ist noch einer? Ja, ich höre ihn Dieser Nein, ich will nicht brennen Fick dich Tot Phil, du brennst noch Phil, du brennst? Ja Aber ich hab keinen Dammit oder so Okay, dann jetzt schlafen Na Gut, na Trinkpause Mitten im Kampf Moment, ich muss kurz was trinken Einer von euch ist noch nicht dran Jetzt Jetzt geht den Lul Aber rausgegangen Ehre Ist wieder Tag, so wie kriege ich jetzt wieder das Feuerzeug aus meinem Moment raus Äh Meinst du Ausmachen? Dass ich's nicht mal in der Hand halte Ja, ey Ah, nice, danke Da geht's an und aus Wie wenig hat mir das denn bitte gerade gebracht? Das ist verbrannt, deswegen Ah Macht Sinn Äh, ich hab aber noch Fleisch, kann ich das da nicht drauflegen? Warte mal, das war gar nicht gut, ich glaub Equip, ich leg hier mal eben Fleisch drauf, aber das brauch ich gleich, weil ich bin auch fast noch am Verrecken Ich bin vergiftet Bei mir ist auch vier die Axt Wir haben noch zwei Sachen draufgelöst Mhm Ich brenne Ich auch, für dich Phil ist der Letzte, der mitbekommt, wenn Phil brennt Man kennt's So, ich hab gegessen, danke Oh, hier sind Pilze, soll ich die mal probieren? Die sind nicht gut Okay, ich werd ziemlich gut Die sind nicht gut Leute, Händchen gefällig? Die sind nicht gut, sagt er Komm Ich hab mir noch, ich hab mir noch Oh Gott, moin High five Covered in blood Wash it off Oh, die waren doch gut Du Arschloch Du wolltest einfach nur, dass ich die nicht esse Ich wollt dich retten Ich bin ein Vollkoster Was machst du denn? Das war so ein bisschen frech Das war so ein bisschen frech Guck dir, wo die Leiche ist Guck dir, wo die Leiche ist Ich bin ein Geräuschen Mal Start Streaming! Streamt hier jemand? Ich höre dich. Ist hier wieder am Streamen? Ich will nichts Verwerfliches sagen. Eins in den Chat. Oh. Eins. Alles was man gerade nur in meinem Stream sieht, ist wie ich geschrieben habe. Eins. Eins. Warum Join Game? Nein. Host Game. Continue. Hui. Oh. So weit. Danke. So weit, Goofy. Gesundheit, Goofy. Der Simpon the Boss. Oh Lord, man konnte weiterspielen oder neu drücken. Hätte ich neu geklickt, wäre echt du. Dann hättest du wahrscheinlich die Sachen nicht mehr, die du im Inventar hattest. Ja, genau. Wäre du. Wäre einfach ein neues Flugzeug abgestürzt mit dir. Ich bin auch immer in derselben Lobby. Hätte ich... Ja, geh mal raus jetzt. Ich habe dich eingeladen. Geh mal raus jetzt. Geh doch jetzt mal raus. Geh doch mal in die Luft. Geh mal raus. Aus jetzt. Verpiss dich, Alter. Jetzt wollen. Ich habe mir keine Zeit. Parsi. Ich kann hier nicht beitreten. Es tut mir leid. Geh gar nicht. Schick nochmal. Du hast aber nicht neu gedrückt, oder? Startingserver. Ich habe neu gedrückt, ja. Sehr gut. Ja. Dann war ich so, wie war euer Tag. Jetzt mal. Ich war halt bei Subway. War sehr lecker. Ich habe bisher nur einmal bei Subway gegessen. Subway mega. Und dann wurde mir... Also es wurde mir mitgebracht. Und das war halt mit Barbecue-Sauce. Und ich hasse Barbecue-Sauce. Same. Hast du dann Barbecue-Sauce bestellt? Habe ich nicht. Sie hat mir random drauf gemacht. Ja, würde ich gleich enterben. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich? Verstehe ich ganz gut. So. Ich bin wieder... Wieder in-game. Ja, ja. Sind wir live? Ja, abgesehen von dir, ja. Jetzt hör mal zu, du Arschloch. Ich, oder? Ja. Barbecue-Sauce keelehaft. Real Rap. Ja. Richtig keelehaft. Ich finde tatsächlich Barbecue-Sauce ziemlich okay. Nee, gar nicht meins. Bin ich leider auch nicht so Fan von. Die Ship-Bottle-Southwest-Sauce ist bei Subway saugeil. Ich mochte die Dings immer voll gerne, die, äh... Locker Sweet Onion. Ja, genau so. Ich wusste es. Du bist noch ein Sweet Onion, Mann. So hab ich dich in meinem Kopf abgespeichert, quasi. Der Sweet Onion, Mann. Da seh ich dich. Wir haben an und für sich eigentlich echt voll die schöne Aussicht. Das ist ein riesen Berg einfach. Ich fühl mich jetzt wirklich geil umzuspielen. An und an das 4 ist echt schön hier, Alter. Die letzte Folge beim Podcast hat euch doch so viel Spaß gemacht, ne? Ja. Wie wär's, wenn ihr das jetzt einfach übernehmt? Ne, ich hab keinen Bock auf D. Endlich Freitag. Kann ich euch damit anzünden? Parsi. Parsi. Kannst bitte mit deinem Grillspiels weggehen. BAM! Sag mal was macht die eigentlich dahinten? Danke sehr. Gar nichts. Achso. Thank you. Diana hat mir Aioli Brot reingebracht. Oh ne, nicht Aioli bei dir. Mhm. Also Freunde, wir haben jetzt gleich noch circa 15 Minuten, dann muss ich auf Toilette. Danke. Ist veganes Aioli, davon habe ich keinen Durchfall. Ehre. Keine Eier. Ich hab ja hier... Phil, 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 geht zur Seite, Phil, 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 Phil. Ich hab's gesagt. Nein, aber es ist gerade ein Zentner Baum auf dich gefallen. Scheiße. Entschuldigen Sie, haben Sie eine kleine Essensspende? Äh, ja, kurz, Moment. Wieso kann man das denn nicht mehr... Das ist ja mega dumm. Ähm, hier, bitte sehr. Jetzt hab ich... Ihr Essen rollt. Nö. Lässt er den guten Kopf hier liegen. Essen auf Rädern, Alter. Wie baut man denn... Boah, sieht das geil aus. Sach. Wie baut man Sach? Was war das für ein Geräusch? Wer ist er denn? Jo! Das ist Baba Yaga. Moin, Meister. Komm her. Dem... Das ist schweb. Jetzt. Merch. Komm. 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 Das ist King Charm-Bo-Wambo, Alter. Alter, wie du dem hinterhergelaufen bist und gesagt hast, komm her jetzt. Komm her. Tot. Ich glaube, das... Ich bin voller Blut. Ich muss mal kurz ne Runde duschen. Ah. Duschen? Ja, duschen im Bad. Kann ich hier? Körpergefällig? Hier. Boah, der viel sagt bei sich. Aua! Ja, lass den mal auseinander schnippeln. Das ist meine... Ich hab Hunger. Ich hab Hunger im Spiel. Oh, Leute, sind da viele Fische. Ich bin der Angler. Hä? Scheiße, ich kann die nicht holen. Ach, das ist ja du. Genauso fühlt sich's an, wenn die Bullis einen über den Schulhof jagen. Komm her jetzt. Komm her. Können wir das Menschenfleisch überhaupt essen? Ja. Nur neusten. Dann sind wir ja nicht besser als die anderen. Das ist gut. Oh. Wie du dieses Buch in der Hand hältst. Ich lese gerade. Mit diesem Stewardess-Outfit. Der Herr, der Fliegen. Komm mal näher. Bitte. Andere haben in der Dusche Head & Shoulders. Parsi hat gleich den Rest vom Körper auch dabei. Yes. Yes. Unsere Riesenhütte steht gleich. Gibt's ja gar nicht. Ich mach ein Baumstammlager. Haben wir schon. Gut. Ich mach ja gar nichts mehr. Wie krass ist das, dass wir gerade einfach den Hexenmeister getötet haben? Ja. Finde ich auch toll. War ne wirklich krasse Aktion. Bei Action war ich. Wir haben den schon ziemlich cool gejagt. Haben wir schon Baumstamm-Schlitten? Nee. Den brauchen wir. Dann könnt ihr mehr carryen. Oh. Das wär sehr smart gewesen. Ich hab's blitzen gehört. Kann ich den jetzt noch ran machen? Oder was ist das hier? Ich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Hör auf jetzt! Ach das wie Waffe? Hat jemand Stöcke, die diese Person hier ran bauen kann? Mehr hab ich nicht. Ja, nicht das du schattst. Nein, leider nicht. Fickt euch. Ach, Alter. Hallo Kuckuck. Hier ist ne Höhle. Was? Hier ist ne Höhle. Wo bist du? Hinter dir. Ah. Geh' ich mal rein. Nee, ist so dunkel. Mag ich nicht. Mir geht's super, Kuckuckuck. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Kifito! Ist hier ne Höhle. Füllt es einfach unter uns. Ich hole das für uns in ein paar Sekunden tot. Hat der hier ne Höhle gefunden? Wo ist der Eingang? Wieso? Wo bist du? Über dir. Lass ich nicht über mir aus. Du bist sehr viel weiter weg aus. Ja, so ein Stückchen weit weg, aber... Kann ja nur hier in Höhle lang sein. Kleiner, gerade hoch. Da, wo Yannick ist. Yannick bewegt sich. Und? Hier. Ah, hier! Yo, lol. Ich hab' Angst, darunter zu gehen, aber ich komm' mit. Oh Gott. Da stand' gerade irgendwo loading bei mir, sorry. Alter, ich seh' nix. Ha? Ich könnt' die Augen zumachen und ich würde mehr sehen. Oh, jetzt geht die noch weiter runter, okay. Gibt's hier aber noch irgendwas? Nee. Alter, wie lang geht's denn noch runter? Mhm. Und dann geht's nochmal runter. Ich hab' keine Ausdauer mehr. Das ist egal. Feuerzeug benutzen. Kann ich das jetzt schon benutzen? Nee. Slide ich in die DMs. Hier geht's noch weiter runter. Oh, das will ich verarschen. Ich seh' was. Willst du dich verarschen? Oh, man kann ja echt sliden. Ich fühl mich wie ein Feuerwehrmann. Da liegt's da. Wo? Oh, da. I see. Da hab ich ganz, ganz viel. Oh, Leute. Straight of Go. Irgendwas zu tun. Hallo, ich würde's gerne weglegen. Mach' mal weg, ja. Ich kann nix mehr aufheben. Leute, ich mach's mal einfacher für uns, ne? So. So. Wie kann man denn Sachen aus dem Metall empfehlen? Warum solltest du Sachen aus dem Inventar empfehlen? Ja, ich möchte die ganzen Schäle und Knochen nicht. Doch, die sind für die Reste. Ich hab' irgendwie ne, 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 ne Liste. Wie mach' ich diese Liste aus meinem Inventar weg? Die Liste hatte ich auch, die ist aber gut. Ja, aber wie pack' ich die wieder weg? Du musst deine Achse also wieder im Inventar anklicken. Ah, okay. Oh, hier hinten sind Leute. Ja, in den Höhlen sind doch sowieso mal so viele, oder? Naja, das ist ja. Ich, äh, fuhr du mal eben, Snack. Mhm. Hast du ne Fackel, oder was brennst du so? Oh, lol. Was bist du denn für ne Missgeburt? Fee, deine Verwandten sind hier. Du dummer Hu... Denk doch, du kannst mit rechts blocken. Oh, ja. Ich geh' rein, Freunde. Kann's sein, dass wenn man sein Feuerzeug in der Hand hat, man nicht zuschlagen kann? Doch. Boah. Hä, warum hat er das gar nicht gemacht? Boah, wer ist er denn? Das ist quasi das ganze Verwandte. Lebt das Baby noch? Jetzt sehen wir. Ach, du Scheiße, ey. Warum hast du gerade meinen Front gegen dich, gegen mich verwendet? Das ist frech. Weil, das scheinbar... Leute, ich hab ein Seil gefunden. Und ich glaub, ein Sexspielzeug. Outfit. Wie seh ich aus? Äh, Outfit, äh, of the day. Du bist einfach ein, äh, Camouflage an. Boah. Kann man das abhauen? Oh, 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 oh. Das war aufregend. Hier hängt ein Kopf mit Kerzen drin. Naja. Jannik ist angesprochen, das ist das Witzigste. Ich kann mir jetzt Stunden anhören. Wir brauchen TNT. Ähm. Wollen wir das wirklich? Hat jemand den Film Atlantis gesehen? Ich kenn da jemanden, der uns helfen kann. Wer? Ein Mann mit Schnauzer. Mann mit Schnauzer. Du hast einen Schnauzer tatsächlich. Naja. Ich wünsch dich, ich hätte einen Schnauzer sparen, ja. Hola, hombre, como estas? Also, Dynamit. Was brauchen wir dafür? Äh, das können wir noch sammeln. Was brauchen wir dafür? Blut. Achso. Lol. Kann ich mir selber Notizen reinschreiben? Ne, schade. Oh, hier geht's noch weiter. Ich hab angeblich schon Waschbär gesehen. Safe. Warum hat niemand von euch Design mitgenommen? Ich hab das eigentlich eingepackt. Das siehst du einzeln. Hier geht's weiter. Da geht's zurück, wo du gerade hinguckst. Hier geht's weiter. Geil. Ich leuchte euch den Weg. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, gut, die sind hässlich. Tschau. Oh, Gott. Nicht mehr hoch. Nee, 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 nee. Schaffen wir die noch nicht? Wir müssen ein Ort verbringen, dass es fehlt. Oh, okay. Okay. Wir fighten doch. Ja, klar. Wir gehen rein. Eins. Okay, da drin aber. Du ekelhaftes. Wisst ihr das nicht zentrieren? Die hat's riesen. Nee. Alter, der hat so eine riesengroße Vagina unten. Bäh. Warum schreit das Ding so? Das klingt von dem Hut. Oh mein Gott. Es ist ein bisschen weird, dass ich nebenbei Esso, oder? Nee, gar nicht. Ich muss mal kurz Painkillers nehmen. Sie ist tot. Erstmal heute. Top. Haben wir es echt geschafft? Naja, doch. Muschi Klaus, ich hab ihn genau gesehen. Hey, Riep, ich hab ang... Oh, wer ist er denn? Moin. Wer, 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 was? Oh Gott. Was habe ich gerade aus dir rausgeschnitten? Das ist auch für... Für, für... Was noch? Das kannst du... Können wir... Handeln an Hilfe? Wie sich jeder gerade Painkillers reinknallt. Ich höre die ganze Zeit nur flup, 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 flup. Oder ich fühle mich wie Max Payne gerade. Sind wir da alle tot? So, Freunde. Ich glaube, wir sind kurz vorm Ende. Credits kommen gleich. Okay, da hinten ist irgendeiner am... Am Werkeln. Geiler Creditsong. Ich hab wieder den Weg. Macht mal die Kisten auf, genau. Die sind Leichen. Also, Beine. Achtung, da kommen welche. Wo? Äh. Brenn. Brenn. Wir sind hier nicht in Darks-Altone. Wir wissen ja, wie gut du die Darks-Force-Rolle kannst, Phil. Was ist denn das jetzt? Gibt's hier eigentlich Rätsel? Wie schnell ist der denn? Warum ist der schwarz? Phil, pass bitte auf. Du bist auch live, Phil. Wenn der nicht so schnell wäre, ich könnte den anzünden. Das bitte auch. Leute, das Licht ist hier. Bei mir kam gerade der geilste Waterdrop-Sound aller Zeiten. Das war so richtiges Blub. Hier bekommen wir irgendwas. Hier ist Dynamit. Nice. Dann kommen wir unten gleich weiter. Das ist ein Chromebook. Ich glaube, das ist ein Chromebook. Oh, ich glaube, ich hätte das Licht nicht ins Wasser schießen sollen. Ja, wollen wir mit dem Dynamit jetzt unten weiter? Easy. Wir ballern jetzt. Geil. Könnt man sich hier eigentlich... Man kann sich hier einfach... Ich speicher hier. Ich habe hier gespeichert. Oh. Waren... Waren ihr hier hinten? Oh, scheiße. Waren ihr hier hinten? Was? Möchtest du deinen Satz bitte vollenden, Phil? Waren ihr hier hinten? Was ist denn hier? Hängende Leichen. Oh, du Scheiße. Hängende halbe Leichen. Danke, dass du meinen Satz voll folgst, Danny. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die ganzen Quotes vollkriegen, aber List, you're on it. Thank you. Boah, dieses Monster, was auf so vielen Beinchen gerade angerannt kam, war echt eklig. Wie es von meinem Chat getauft wurde, muschi-closed. Hier kann man einfach Menschen zerteilen. Und ich liebe es. So, du müsstest jetzt da runter, ne? Ja, ich bin unten, ich warte. Muschi-Closed von Gronkh. Achso. Gronkh nimmt sowas in den Mund. Sowohl als auch. Wie viele Quotes kann man machen, List? Ja. Ja, nehmt genug Abstand. Leute. Haseki, da weg! Ey, musst du ja noch anzünden. Oder? Oh. Ja gut, ja. Hast recht. Herz Glück gehabt. Ich hab nur Leuchtfahrt genäßt du Dynamit. Oh ne, das ist ne Leuchtfahrt genäßt. Oh ne, das ist ne Leuchtfahrt genäßt. Das ist ja nicht. Ja. Ah, runter mach ich. Und hoch. Also gehen wir erstmal wieder raus? Jo. Alright. Ist glaub ich sowieso ganz gut. Äh. Ich hack mal hier noch grad ein paar Typen klein. Ja. Beziehungsweise ich nehme... Kann ich den nicht mit nach oben nehmen? Was? Ne, ich glaube nicht. Habt ihr genug für ein Lagerfeuer? Weil dann können wir wie gesagt hier Knochen verbrennen. Hier ist ein Lagerfeuer. Hast du? True. Ja, ich hack mal eben hier den Typen klein. Ich lege mal hier Gate rein. Ne, wie es so ist, wenn man bei Yannick donatet. Aber Gate verbrennen. Okay. Oh, sind die Leichen? Ne. Kann man die Leichen nicht zerteilen? Ich kann eben meine Achse weggeschmissen. Wie schafft man das? Mit G. Ne, hab ich eh gut. Mit G für G weg. Geh weg du Hund. Ja Leute, ich geh schon mal hoch. Okay. Dann sammle ich die Knochen auf. Ja, ich hab sowieso keinen Inventarplatz mehr. Wir bräuchten so einen... Du hast immer Platz für einzelne Sachen, ne? Du hast nicht ein begrenztes Item. Boah, ist sein Fleisch einfach aus Titan? Junge. Ich hab ja oft gesagt, dass ich keinen Inventarplatz mehr hab. Kann man die Knochen jetzt rausnehmen mit E, oder? Naja, die kannst du dann aufsammeln. Okay. Und das kannst du dann mit Stoff kombinieren und dann kriegst du das. Okay, ich pack mal die ganzen Beine und Geäster drauf, ne? Oh, ja. Also, ja. Wer hört gerade nur dem Stream zu? Und ist sichtlich verwirrt? Oh, du wirst die Quotes out of context werden wild. Das sind so Sachen wie, ich möchte diesen Menschen nur zerschneiden. Dementsprechend. Ähm, und dieses, dieses... Wir haben ja diese komische Muschiklausel da geholtetet, ne? Mhm. Äh, dafür... Das ist auch Rüstung, das können wir auch anlegen. Das ist rechts unten im Winter. Dann so eine riesengroße Vagina an mir, oder? Ja. Creepy Armor. Clothing Outfit. Ach, vielleicht haben die dann Angst vor uns oder so. Könnte sein. Ne, ist halt ne Rüstung eigentlich. Oh. Also, ich weiß nicht, ob die Angst haben können. Oh. Ich hab mir das Bild von Timmy angeguckt. Er ist ein Timmy. Timmy ist unser Sohn, der geklaut wurde. Oh. Ja, ich war schon immer ein Scheißsohn. Ich find's ein bisschen traurig, dass ich bei Timmy direkt an Monten gedacht hab. Ich find's Timmy. What? Ich hab grad ne Notiz bekommen. A dark haired person who is trying to harm you will soon disappear from your life and you will be extremely happy. What the fuck. The fuck. Was auf dem Lagerfeuer ist, ja. Okay. Kannst du einfach mampfen. Das ist Nacht. Äh, ja. Ich komm wieder nach oben. Könnte nur ein bisschen dauern, bis ich oben bin. Ja, das dauert ein bisschen. Aber man kann nicht runterfallen oder so, ne? Ne, ne. Okay. Also, du springst halt runter. Ja, gut. Ich höre es, weil ich nebenbei zeichne und es ist super wild. Das glaub ich. Boah, wir brauchen nur noch 28 Loks, wir kriegen das echt hin. Dann brauchen wir zwar auch noch ein Dach, was nochmal wahrscheinlich 159 Loks sind, aber... Ja, ich hab den Wagen fertig gemacht, also, ne? Ah, nice. Könnt ihr euch einfach nehmen. Soo, ich komm jetzt auch hoch. Ich geh in die Hütte, damit die mich nicht hauen können. Mh, 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 mh. Komme ich wieder hoch? Ist echt dunkel so, ne? Phil, hast du jetzt eigentlich Zug schon gebucht? Scheiße, stimmt. Wollte ich noch machen. Was für ein Zug? Phil macht die Deutschlandreise. Und ihr lädt mich nicht ein. Doch klar, komm rum. Geil. Mache ich nachher. Ja, easy. Alles gut. Ich war schockiert letztens, als wir, wenn das Wagen nicht geklappt hätte, hätten wir auch mit der Bahn fahren müssen. Es gibt momentan wieder echt krasse Sparpreise. Wo eigentlich so eine Strecke, die so irgendwie 60, 70 Euro kostet, einfach mal eben so 25 kostet. Wo ich mir dachte, hm. Boah, der Himmel ist ja mal ultra schön. Jo. Ich hab mir nichts gesehen. Wahrscheinlich kommt dir der Himmel gerade so schön vor, weil... Du siehst das. Ja, weil wir so lange schon unten waren. Willkommen zurück, Liz. Boah, mein Chat ist so tot bei diesem Spiel, ne. Ich hab den Pilz da gegessen. Hast du gerade gegessen? Ja. Ich hab den Pilz da gegessen. Hast du gerade gegessen? In welchen? In welchen? In dem einzigen, was wir haben, mit Dach. Da waren wieder die Butterpilze. Die Juden. In, 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 in... Ach, ich kann auch da schlafen? Ja. Entschuldigung. Boah. We did it. No we did... hast du doch. Kumo. Kumo. Ich hab Hunger. Boah. Boah, wenn ich aufwachen würde und jedes Mal so'n Bärenhunger hätte, ne. Ich würd' nicht mehr schlafen gehen. Ich würde... Ich glaube, das würde das Problem nicht lösen. Nee. Ist unser Wasserbehälter voll? Nö. Hm. Hm. Ich hab einfach schon wieder nichts zu essen. Habt ihr Feuer bei... bei... ah, jetzt. Oh. Nee. Funktioniert ein Lagerfeuer bei... Regen... in dem Spiel? Ähm, Fee, das ist physikalisch möglich. Oh. Oh. Äh, ich glaube, ich hab noch keinen Comment dafür. Aber ich kann den Link schicken. Moment. Ich hab echt viele Fenster. Wir müssten ja auch einfach die Kannibalen sehen, wenn die kommen. Ja, ja, ja. Wie kann ich eigentlich das, was ich in der linken Hand hab, wieder runternehmen? Weil ich halt die ganze Zeit immer noch dieses Kackfeuerzeug. Äh. 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 Und dann... Licht. Leider. Zum Mal gucken gehen. See you later, Alipino. Du brauchst jetzt einen Leiter bei dem Büro. Okay, gut. Boah. Ich muss irgendwas essen. Über mein Flugzeug. Mhm. Jungs, Alkohol! Okay, hab das schon? Cool. Stell dir einfach ein Survival-Spiel vor und du bist Alkoholiker. Muss ich mir nicht vorstellen. Hoch. Ja, ich hab einen Garten gebaut und der steht da jetzt einfach. Ich hab irgendwie noch nichts damit gemacht. Aber wir haben einen Garten. Also wenn wer fragt, haben wir. Wie random das gerade war. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht so ganz was mit dem Garten, wie wir damit weiter vorangehen. Garden. Hab ich. In an Octopus is garden. In shade. Elevated. Ah, so machst du ein Baumhaus. Interesting. Mhm. Wie macht man denn einen Pfeil im Bogen? Kriegt man das erst, wenn man Sachen gesehen hat? Oder? S.O.S. Offenalarm. Zieh die Stimme auf. S.O.S. Offenalarm. Ich baue dein Lager. Was genau meinet ihr denn mit Lager? Oh, ich bin so gespannt Liz. Holy Shit. Du musst nicht gleich weg gehen. Das war ne Frage. Boah, ich muss unbedingt was essen. Ich verreck glaube ich. Ähm. Sehr gerne Liz. Wenn ihr was auf den Grill haut. Bitte. Bitte. Wo haben wir das unser Grill? Äh. Hier vorne. Hier. Äh. Ist wieder kaputt. Mhm. Warte lass mich das bitte craften. Weil ich glaube ich muss das noch machen. Easy easy. Wollen wir nicht? Äh. Sehr gerne. Sehr gerne Liz. Ja vorher können wir auch ne? Und da können wir auch grillen und so. Brauchst halt Steine. Aber Steine habe ich mehr als genug. Anzugten rauf. Ihhh Alter was hast du am Arm? Äh. Das. Das ist diese. Diese. Dingsbums. Funs. Oh. Ich lieb's. Scheiße. Das ist nicht lustig weil es gar keine Scheiße in Minecraft gibt. Freunde das. Schreibt Phil mir so bei Whatsapp. Ah. So falls ihr euch. Falls ihr euch fragt ob ihr Phil bei Whatsapp haben wollt. Nein wollt ihr nicht. Der schreibt euch sowas. Ja ist doch super. Verstehen. So ich nehme jetzt den Schlitten hier mit. Tschau. Ich hole jetzt Baum. Ich hole jetzt Baum. Ich hole jetzt Baum. Ja sicher. Ich wollte das nicht einfach so stehen lassen Liz. Philipp. Ja. Ja. Philipp wir müssen mal wieder ein VR Game spielen. Ja gerne. Wie lange hat das denn gedauert. Ich hab'n Kopf. Einfach so 10 Sekunden gewartet. Ja gerne. Ich hab grad'n Baum aufm Kopf. Aber du hast nicht auch. Läufst du gerade mit den zwei Bäumen obwohl ich extra den Schlitten geholt hab. Ja. 4G woanders hacken. Dann macht das effizienter. Aber dann geht's doch schneller. Ja. Aber das geht schneller wenn wir nicht am gleichen Ort hacken. Aber. Aber der Baum geht dann schneller. Oh. Punkt. Ich wurde gerade von einem Kaninchen angefallen. Eine Steinschleuder. Eine Steinschleuder? Bist du Till Eulenspiegel? Was? Alter wie viel passt der. Okay jetzt ist das voll. Die MLG Hits. So. Und der Mercedes Pferd. Seit wann haben wir da denn so krasse Köpfe hängen? Nein. Oder waren das wieder die Einheimischen die krank scheiße gemacht haben? So ne Alter müssen. Okay. Jetzt hab ich die Grille gleich getroppt. Ich will nimm einfach 4, lässt 2 fallen. Boah wir brauchen nur noch 10. Pock. Da nehm ich den Schlitten nochmal mit und fahr los. Der Mercedes fährt Fahrtneuses. Das waren noch keine Fahrtneuses. Furz. Machen eure Autos Furzgeräusche wenn ihr fahrt. Tut tut. Ich bin ein Auto. Geh einfach. Geh einfach. Okay. Halli 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 Juli King. Grüße. Nein du hast Fahrtneuses gemacht. Die das los. Warst du eigentlich geparkt? Äh hier vorne. Ah. Schreibbeschreibung. Ja also weit von dir weg tatsächlich. Frag mich nach mir. Wo bist du? Auf Erkundungstour ist der Parsi. Wo? Äh im Wald. Ich hab einen Spalt gefunden. Den haben wir grad in der Höhle gefunden. Ich hatte mal einen Schulkollegen der hat im Unterricht immer laut tutot gesagt bevor er gefurzt hat. Was hat man bei uns nochmal immer gesagt? Immer wenn man gepupst hat hat man bei uns irgendwie ein Wort gesagt. Das war mega lost. Was hat was hat man nochmal gesagt bei uns? Fulls incoming? Ne man hat so gepupst und da hat man irgendwie so wie wenn man rülpst dass man Schulz sagt. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ohne Dach aber. Sie sind. Fertig. Erstmal einen Stein hier reinlegen. Ich hab noch eine Höhle gefunden. Ich geh da jetzt runter. Guck mal Janik. Ich seh nicht. Ich fühl du machst mir Angst. Custom Roof. Er ist weg. Wollen wir erstmal nur einfach nur platten Dach drauf ballern? Ist halt die Frage ob wir noch ein Obergeschoss haben wollen oder nicht? Ne. Ach guck mal man. Oh jo. Guck mal. Ja das sieht. Ja gut. Also. Es sieht eigentlich ganz cool aus aber irgendwie fehlt hier die Hälfte. Warte kann ich jetzt hier nicht. Moment. Ja Phil das wird. Oh. Was ist das jetzt? Was. Was. Can you please. Kann man das abbrechen? Ne warte warte warte. Das wird. Das wird. Guck mal. Pass auf. So. Ich weiß so auch nicht was das hier war. Das machen wir nicht. Warte mal. Custom Stairs. Wir können auf jeden Fall auch Stufen machen. Habe ich doch. Okay. Hör mir nicht zu. Wer bist du? Ich bin da flippelifloppel. Guck mal. Jetzt haben wir hier gleich ne Treppe. Wir können auch ne Plattform anzubauen. Offene Pavillone. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Bitte was? Offene Pavillon. Meinst du ein Pavillon? Ein Pavillon. Ein Pavillon. Und spielen wir eigentlich mal wieder virtual reality? Wieder ein paar escape roms. Guck mal. Janik. Wie siehst du? Jo. Was ist das denn für ein Turm? Hast du ein Leuchtturm? Das ist ein Pavillon. Das ist kein Pavillon. Hörst du auch? Das heißt Pavillon. Pavillon. Hi Leon. Grüße. Alter. Deine Zeichnung sieht mega sick aus. Allein auch wenn es nur ein Scribble ist. Ich lieb's. Wahnsinn. Puh. Ja guck mal. Eine große Mission haben wir vollendet. Jetzt können wir direkt ein nächstes bauen. Jo. Man kann von draußen übrigens die Treppe auch bauen. Man sieht von draußen so ein bisschen die Treppe. Das ist. Unser Haus ist nicht ganz so sicher. Alter was. Kannst du mich mit dem Schlitten auch fahren? Ne. Schöne. Warte. Aber ich kann nicht schieben. Geh mal davor. Ich kann mich nicht umdrehen. Jo. Jo. Warum ist da unten? Phil. Boi. Jo der fährt weg gegen Baum. Jo. Aus Frust erstmal den Baum hacken. Der stand im Weg. Jo. 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 Ich hab Batterien gefunden. Mein Discman funktioniert wieder. Endlich. Hast du noch die Blümchen CD? Nein. Schön dass ihr hier seid. Ja Kus geht raus an alle Leute die hier sind. Kus geht raus an Phil. Kus geht raus an Janik. Kus geht raus an Parsi. Kus geht raus an Parsi. Bei mir ist King Chambu Mambo wieder. Oh oh. Und du bist allein. Wer ist jetzt mein Buch? Hey! Attackiert mich doch. Attackiert. Attackiert. Gehirn. Kein Ding der stirbt. Du kannst nur zwei tragen. Wann lernst du das? Ich muss nicht hochleveln. Das kann ich nicht mehr. So. Er läuft von mir weg. Wir könnten aber noch mehr tragen oder nicht? Ne. Passt nicht mehr drauf. So. Doch nicht attackiert mich noch. Wollen wir erst die Treppe vollbauen? Die braucht irgendwie nur noch vier oder so. Ich hab ihn getötet. Nice. Du kannst nur zwei tragen man. Ich hab seine Gräule. Hast du denn die Fähne? Ne eins fehlt noch. Wieso kann ich das nicht? Oh oh. Derzeit konnte ich nicht voll. So was können wir hier jetzt noch bauen? Wir können noch eine Treppe bauen. Einfach in den Himmel bauen. Schau Kakao. Abgehoben. Aber hier kann man Walls noch mitmachen. Okay. Du kannst einen Kran bauen, Alter? Ja. Junge. Warum sollte man einen Kran bauen wollen? Ich weiß nicht. Wenn du Krankrafter bist, dann freust du dich. Freunde, denkt dran, wir müssen auch noch den Pavillon bauen. Pavillon. Ich will nie wieder mit Phil spielen. Pavillon. Ist das Triebüro? Jo. Aber. Ach. Jetzt habe ich dann hier. Das ist dann eine Plattform. Oh guck mal hier ist noch eine Höhle. Ich muss eben fix was essen. Jo du hast einfach ein. Wir können einfach jetzt abschließen. Achso. Hier ist noch eine Höhle, Leute. Ja lass mal da gleich rein. Ich muss nur noch fix mal vorher was essen. Mhm. Hallo Philipp. Mir geht's super. Ich hoffe dir geht's auch gut. Boah das sieht so eklig aus, wenn man so einen gehäuteten Nacktmull da drauf legt. Gehäuteter Nacktmull. Du find den Fehler. Äh äh äh. Drauf legen. Äh. Legen. Hä? Was denn? Also. Ich habe. Dieses. Komische. Äh. Kopfding. Man kann tauchen. Ich glaube du musst nur aufpassen, dass du nicht in dreckigem Wasser schwimmst. Naja und du reinigst dich halt auch im Wasser dann. Leute ich habe das Tor zu Narnia gefunden. Ach du Scheiße. Sag mal hast du wirklich abgeschlossen? Ne die andere Tür habe ich auch geschlossen. Aber wie willst du dann die Treppe hier machen? Da habe ich mich auch gefragt. Bist du einfach in diesen Teich herein gejumpt? Oder kommst du jetzt gerade hier hoch? Äh das ist hier. Und da einfach runter tauchen. Dann kommt man in so einen Schlitz. Ach so. Oh ja. I remember. Aber. Kommt man da dann nicht vielleicht einfach daraus. Was wir gesehen haben in der Höhle wo das Wasser war? Weiß ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich glaube da bekommt man auch die Taucherausrüstung. Fehlst Gehirn. Modem Geräusche. Ne guck mal. Ich habe eine neue Wasser. Ach du Scheiße. Scheiße. Ja ähm. Enten. Looks very good. Äh wo kann man denn solche Waffen und sowas craften? Gib mir die Ente. Was ist ab? Phil weißt du das? Was? Wie? Wo man sieht wo man Waffen und so craften kann? Ne das habe ich mich auch gerade schon gefragt. Aber ich glaube wir müssen erst ein paar Sachen sammeln. Auch in der Story irgendwie weiterkommen glaube ich. Und dann. Weapon Display. Achso dann stellt man einfach so eine Waffe aus. Ist ja nicht viel. Ein Vogelhaus. Viele Sachen bekommen wir halt noch. Ne neuer. Sachen bekommen wir. Wir können auch ein Hausboot bauen. Im Freizeitpark. Oh nice. Sehr sehr viel Spaß wünsch ich dir Philipp. Oh. Ein Vogelhäuschen. Das ist kein Vogelhäuschen. Ich habe gerade. Esse ich gerade den Stein? Ah ne die Bären. Natürlich. Sag mal wie groß ist ein Vogelhaus? Hä? Ah. Ah. Frau wie krank ist das bitte dass man ein Vogelhaus baut um die Vögel dann zu töten? Na ja. Ich weiß auch nicht wo der zwölfjährige herkam. Na ja. Was ist das denn? Guckst du dir gerade den Leuchtturportfil an? Das ist ein Pavillon. Pavillon. Nein doch dein Maul ey. Scheiß Pavillon. Ja. 132 Baumstimme. Leute. Ja ist auf jeden Fall. Vielleicht schwimme ich jetzt gleich auch einfach. Puh. Superbar. Ja. Lass zusammen in die Höhle. In welche Höhle? Phil hat eine neue Höhle gefunden. Wo? Äh. Esst aber vorher. Dass ihr schön ausge... Äh. Ich hab nicht mehr viel essen. Äh. Hinter... Warte. Ich hab gleich was für dich. Hier läuft ein Lizard rum. Ah den krieg ich nicht. Weil der rennt. Warte ich kann auch immer was machen. Hast du ihn? Nö. Ich hab einen Vogel. Genau. Wir verbrennen ein Gate. So ich hab jetzt viel Sachen drauf gelöst. Geil. Was ein bisschen gewastet war. Oh shit. Ich hab gar keinen Hunger. Ich hab aber auch Hunger. Aber auch vier Sachen. Was hast du in der Waffe? Meine neue. Okay. Ich hab auch immer noch einen Rope, ne? Naja. Ich auch. Damit können wir halt einen Kran und so bauen. Hier sieht man dann wie man Sachen miteinander verbindet. Crafted Eggs zum Beispiel. Interesting. Ähm. Pass auf. Geh mal in dein Inventar. Ja. Und dann leg mal zum Beispiel so ein Stück Cloth da drauf. Also so Kleidung. Dann ist unten so ein halbes Zahnrad und dann kannst du drauf zeigen. Oh. Und ich dachte das muss man rausfinden. Und dann siehst du was du noch so brauchst um damit was zu bauen. Ich weiß wie man Sprengstoff baut. Nice. Was brauchen wir? Ähm. Warte mal. Ich baue noch Alkohol. Habe ich? Die Uhr habe ich drin und ich habe keine Ahnung was das hier ist. Das ist so rund und gestapelt. Ich weiß aber nicht was das sein könnte. Tarnrüstung gibt es auch. Ich habe viel zu schnell gesagt dass ich den Alkohol habe. Kannst du mir den schnell droppen? Äh den Alkohol? Ja. Ja. Wie droppe ich den? Das ist eine gute Frage. Ähm. Ja gute Frage. Alter. Wir brauchen eine Uhr. Ah da. Explosiv. Wo haben wir? Oh ja das sieht so aus wie Münzen oder so. Ja. Äh das sind. Oh ne Moment. Keine Ahnung. Hm. Was kann man denn hiermit noch so basteln? Crafted Club. Stopp. Oh. Ne Zwilling. Ist da nur ein Stock dran? Als ob. Jo. Stimmt ich habe gar keine Stücke. Damage. Damage Weapon. Was ist denn dieser. Dieses. Ah ne ich glaube das habe ich sogar schon mal gesehen eben. Ja. Hm. Schneeschuhe. Leute es ist nacht. Ich weiß nicht. Ich habe wieder Angst. Ich habe Bogen. Gucken. Den wollte ich mir nämlich auch gerade bauen. Wie macht man denn. Da ist irgendwie so ein Holzstück mit so einem Wasser dran. Muss ich dann irgendwie einen Stick oder so in Alkohol tränken? Ah I see. Cool man. Oder. Boah ist alles verwirrend. Ja ne gut nicht erstmal zeitgleich am Husten. Alter einfach connected. Scheiße. Wie war das jetzt? Weil du da. Crafted Axe. Ja ich möchte jetzt ungern unser Seil dafür aufgeben. Ah ich kann jetzt meine Axt anzünden. Hm. Stimmt. Oh hat irgendeiner von euch. Gegessen? Ist verbrannt jetzt. Ah ich habe schon gegessen. Äh wir müssen jetzt gleich sowieso mal schlafen. Hm. Dauert aber noch ein bisschen. Oh ja. Einfach Corona übern Stream verteilt. Oh oh. Ich bräuchte wieder Alkohol. Wie gesagt einmal Boost habe ich aber ich kann das irgendwie nicht abgeben. Also wüsste ich nicht wie. Warte ich guck mal in den Einstellungen. Das kann man doch safe irgendwie droppen. Wird Sinn machen ne? Ne man kann das nur trinken. Und kombinieren. Ja. Ja. Kann ich dir dann äh. Ah dir kann ich auch nix droppen. Ist ja saublöd. Moment. Plain Axe ist 1. Kann ich da dann nicht. Die Pizza war nicht berührend gut. Ach ja Moment. Ich wollte auch Pfeile machen. Was hab ich jetzt gemacht? Moment was? Backpack Rucksack. Rucksack Backpack. Ich hab jetzt Boost auf der 4 aber wenn ich 4 drücke werde ich es einfach instant trinken. Joa. Hm. Nein. Was glaub ich denn jetzt? Boost auf 4. That's me. Oh loi. Na. Auf Federn. Wo ist ein Vogel? Federn. Äh. Lass nochmal schlafen. Ja das dauert grad noch kurz. Ich glaub das gleich kann nur. Geil aber Clothing kann ich droppen. Ja super. Danke dafür. Wo dauert eh noch ein bisschen zu müssen wir schlafen können. Hm. Der Himmel ist schon echt schön. Fällt mir. Ich weiß noch als ich Schüler war und alles in Yannick geballert hat was ich hatte. Okay. Mhm. So. Dann können wir jetzt gleich loben. Äh ja. Ja. Der kam kurz danach nochmal rein. Oder. Äh. Das ist ein Stock mit nem Kopf drauf so zum hauen und ich kann das sogar anzünden. Geht flex. Und ich hab ne Axt. Und ich hab ne Axt. Und ich hab ne Axt. Die hab ich auch. Ich bin der Ufo und ich bin auch dabei. Und hier schlafen. Yes. Dann noch schnell was essen und dann ab in die Höhle. Und Guomo meine lieben Freunde. Good day. Ich hab Hunger. Hm. Wieso? Hm. Die Fische schlafen ne. Oh ich hab Hunger. Oh ich hab Hunger. Oh ich kann die Snacks essen oder so. No worries. Konnte ich mal nicht noch mal Wasser trinken. Ähm. Dafür brauchst du. Auch. Also du kannst im Fluss eigentlich so trinken. Ja. Aber es gibt mir gar nicht. Eizblut. Wird. Eine bestimmte Stelle findet. Ja ist hier. Auer. Ja ist halt nicht gesund ne. Ist egal. Juckt. So wo ist die Höhle? Ja ich muss eigentlich noch vorher kurz was essen. Ich auch. Da ist ein Vogel. Kann ich euch die Snacks machen? Ne noch. Du kriegst den ja nicht. Ja ich krieg den echt. Was war's? Ja. Pop. Pop. Oh. Ich dachte ich hab den schlafen. So. Bitte nicht essen. Bitte nicht essen. So. Ja meins ist dann ja noch drin. Ja. Aber das war noch nicht mal durch. Ich konnt's aber essen. Ja ja aber das ist nicht immer direkt durch dann. Ach so. Man muss was mal länger köcheln lassen. Oh. Dann mach ich im Relief was ganz falsch. Aber manchmal sieht man auch gar nicht dass da irgendwas. Also wie es aussieht. Ich würd's jetzt erst essen. Ich würd's jetzt erst essen. Ja sehr gut aus. So. Höhle. Äh. Warte. Hast du noch was drauf? Ja. So jetzt kann man. Geil. Parsi. Ja. Wo bist du? Da. So. Phil. Zeig. 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 Ich hab jetzt ne Speer zum Fischen. Oh nice. Kann ich sogar anzünden. Boah. Alter das sind immer so kleine Öffnungen hier ne. Anxiety 9000. Okay lehrt grad wieder kurz. Achtung. Na ja. Alright. Wo sind die Monsters? Oh. Ah. Stell dir vor da wär jetzt ein Loch drunter gewesen. Du hättest mich einfach hops genommen. Ah. Das ist ein Schliff. Den hab ich vorher schon gefunden. Den hab ich vorher schon gefunden. Warst du hier schon oder wie? Ja aber ich wollte da nicht runter. Reiner. Wir sehen gleich warum. Wait. Wait for it. Bisher find ich sieht süß aus. Ja bisher. Ist ganz cool. Außer die sind schon weg. Ja die kommen gleich bestimmt wieder dann. Nee ich glaube die spawnen sogar immer wieder. Weil. Hold your horses. Hm. Ja genau da warten die. So. Oh. Auch wieder die Babys. So. So. Ich bin unten. So. Na. Wir sind so schnell. Boah ich schlag dem grad alle Zähne raus. Alter. Alter. Ich kann sie grad alles. Hier geht's noch weiter. Ich find's schön wie Parsi einfach weiter läuft. Achso da sind auch welche. Alle waren hier. Oh. 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 Sorry. Okay. Wieso willst du denn überall seinen Kopf? Ich will alles von dem. Ich hab Hunger. Okay. Pork. Zehn Stück noch. Jawoll. Ich sag nix. Ich sag nix. We are the champions. Sag mal Parsi ist ja nicht kalt. Ha? Nö. Warum? Weil Wasser. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Diese Münzen. Oder was auch immer. Für Dings. Aber ich krieg grad cool aufs Maul. Ich bin fast groß. Was war das denn für ein Goldemanner? Ja. Willkommen. Ich bin glaub ich tot. Ne. Willkommen. Willkommen. Da hinten kommt er angerannt. Achtung. Alter ist der schnell. Noch einer? Ich hab jetzt auf jeden Fall die Münze für den Sprengstoff. Das ist sehr gut. Das wollte ich nur noch Alkohol. Den hab ich. Wie gesagt vielleicht kann ich dir ja doch irgendwie drohen. Was passiert? Hab man Speer weggeschmissen. War nicht so ne gute Idee. Wo ist mein Club? Da. Die hier. Oh ne hier sind Babys. So. Meine Waffe brennt. Jetzt geht's ab. Yo. Wenn ich dazu springst. Ich hab ne Uhr geklaut von dem. Die hier hängen. Oh ja die Uhren brauchen wir für Aufsprung. Ja. Oh ich bin fast tot. Ich bin tot. Nein. Was machen wir jetzt? E. Ich glaub ich kann nicht wiederbeleben. Nice. Hab ich jetzt all mein Stuff verloren? Wenn dann liegt der glaub ich neben dir. Ja das liegt hier alles. Ich hab noch nichts aufgehoben weil ich hier grad noch gegen die ganzen. Okay. Nice. Typis kämpfe. Boah das war wild. Ich hab halt nix von hier hin. Das ist jetzt ein bisschen. Yo hier sind sau viele Münzen. Ja ich hab schon ziemlich viele. Danke Leon. Holy shit. Danke man. Ja ich hab auch irgendwie 110 oder so. Ja. Warte. Ich hab 800. Ach du scheiße. Ja dann kommen wir ja gleich in die erste Höhle und dann mal mit dem Sprengstoff tiefer rein. Ja. Erstmal hier gucken. Hm. Oh. Hier ist loot. Wo? Na. Geht's loot. Ja hier sind. Aber dahinter geht's weiter. Hm. Ich bin auf jeden Fall low also geht ihr mal vor mir. Geht nochmal loot. Richtiger loot. Mhm. Ich find's gut dass hier der loot geteilt wird. Äh nicht geteilt wird. Also dass jeder seinen eigenen bekommt. Gibt's eigentlich nen Trick das man so von oben haut? Ich hab nen Ball. Ich hab nen Ball. Ich hab wieder Alkohol. Ich mach direkt die Dings. Nen Sprengstoff. Jetzt hab ich ihn getrunken ich vollidiot. Gut. Jetzt hab ich ihn getrunken ich vollidiot. Ich geb nen Ball hinterher. Oh lol wo geht's hier hin? Hier geht's hoch. Achso. Danke. Kein Ding. Achtung. Warte. Warte ich guck ob hier Feind. Oh warte ich hab nen Ball geduht. Ja man hat die. Hier. Ja hier sind wir. Hier rechts. Geht immer weg doch. Ich glaub der wär ne bessere Hilfe geworden als ich. Der hatte irgendwie nen Pfeil in sich drin. Passt mal auf dass hier nicht. Ja den hab ich geschotzen. Achso. Jo. Oh hier geht's auch noch weiter. Einfach Wilhelm Tell. Hier hinten ist auch noch ein Seil nach oben. Geht auf jeden Fall wieder hoch. Hier geht's runter. Oh mein fuck. Hier sind sehr viele Babys. Warte. Hat jemand noch ein Leuchtfeuer? Dann kann ich die wegballern. Da ist wieder. Ihhh das ist ein anderes Vieh. Habt ihr noch ein Leuchtfeuer? Äh. Naja. Brauchst du den oder wie? Ja schmeiß mal da rein. Da kann ich die abballern. Rechtsklick und dann schießen. Nice. Haben wir zufälligerweise alles dabei um Basic Campfire zu machen? Weil dann mach ich das jetzt mal hier. Mach einfach mal. Nice. Weil dann pack ich da jetzt mal so ein paar Beine drauf. Man kann sein Geld verbrennen. Ach das ist das was du schon mal gesagt hast. Wegen Hard Twitch donation und so. I remember. Jannik verschädelt nicht meinen Witz. Ich verstehe wird zuerst wenn ich selber mache. Das ist lustig weil. Schön das Geld rein hauen. So. Wie genau funktioniert. Lecker. Äh da ist noch was zu essen Phil wenn du auch brauchst. Ähm ne ne. Oh Gott. Oh die stehen halt da unten. Da kommt man nicht so geil ran ne. Warte. Ich glaube ich komm da hin. Ich glaube wenn wir Menschenfleisch fressen. Ja hab die erwischen. Oh jetzt läuft die weg. Wenn Menschenfleisch fressen dann was? Wären wir wahnsinnig. Wenn du äh kurz mal dein Buch öffnest. Oh nein. Bist du runter gefallen? Nein. Phil runter. Oh echt? Und auf das riesen Ding als erstes. Oh Gott. Boah die Geräusche die es macht. Das ist so eklig. Boah ist das krass. Bin fast tot. Ich nehme kurz Painkiller. Okay. Oder wie. Oh. Ich bin fast tot. Sehr nice. Ach du. Boah du hast. Baby hat mich voll angesprungen. Iiiiih. Was macht der mit? Oh wow. Oh die Geräusche. Heute Nacht werde ich super schlafen. Es down. Nice. Pock. Was haben wir gekriegt? Oh ich hab ne Kamera gefunden. Oh ja ich äh 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 ich hab ein Tape. Ich hab ne Karte. Äh ich hab auch ein Tape eben schon gefunden. Alter das sieht original aus. Hätt so ne Yu-Gi-Oh Karte in der Hand. Äh hier hinten sollte die liegen. Irgendwie. Ja da. No. Oh yo ich hab jetzt auch so ein Camcorder. Yo Leute wie krass sind wir denn einfach. Und ich hab jetzt auch diese Karte hier gefunden wie du die du meintest. Employee. Mein Camcorder funktioniert nicht. Er verschwindet wenn ich ihn hab. Ah jetzt. Ich guck mir grad ein Video an. Find tapes to view. Ich hab ein Tape. Ich hab ein Tape. Ich musste mit dem Invental äh äh kombinieren. Ich guck dann auch kurz ein Video. Mhm. Meins war ziemlich schlangenweig. Da ist ein Kind. Ist das Timi? Saß der bei dir auch im Rollstuhl? Mhm. Auf nem Stuhl. Ich weiß nicht ob das ein Rollstuhl war. Aber egal. Ja okay dann haben wir glaub ich das gleiche Tape. Ja. Crazy. Ich hatte so Bankleute. Ja genau. Ja. Und da war Timi der hatte irgendwie so ein Tropf wo der dran saß. War das Timi? Das sah aus wie ein Mädchen. Ich fand das so ziemlich aus wie Timi. Ich weiß nicht sein so. Ich bin nur random. War hier sonst noch was? Galoppelhans. Was hat Gronkh denn für einen Namen damals sich ausgedacht? Galoppelhans. Seid ihr jetzt da hochgegangen in der Wand? Ja ne? Jo. Ja. Hauptsache Phil schmeißt Steine zu mir runter. Danke. Wir sind hier. Boah. Da war ne Friedemaus. Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben Badman gefunden. Pog. Bad Cave. Cave heißt tatsächlich Höhle auf Englisch. Erzähl keinen. Hier geht es wieder runter. In irgendeiner anderen Richtung. Achso bist du grad in der Richtung? Genau in der Richtung. Äh go for it Biakuli. Biakuli? Leon. Jaja von da kamen wir. Wir sind da. Ne von da kamen wir nicht. Ne von hier kamen wir nicht. Von da. Also wo es runter geht? Warte mal kurz. Wir sollten hier von da kommen. Aber hier ist ein Tape. Ja wenn da ein Tape ist dann waren wir da ja noch nicht. Ja. Ne da wo fahre ich dann meine ich da. Äh von da kommen wir. Hä? Hier waren wir noch nicht. So. Ja. Oh selbst hier kann man speichern. So ich kombiniere jetzt zum Sprengstoff. Ja. Hä? Wollte ich nicht das falsch? Ich gucke wieder den Film. Oh ja ich gucke auch eben den Film. Danke sehr für deinen Follow Merlin Keks. Thank you. Wand. Das ist ein. Was brauche ich denn noch? Es liegt alles herrippes. Abbrechen. Abbrechen. Äh Freunde irgendwo sind hier gerade das Geschrei. Hast du das Video angeguckt? Ne noch nicht. Warte ich hab C4. Äh hier geht's raus hier oben. Pock. Wo? Ja lass mal raus gehen. Und dann in die andere Höhle. Ja. Ja 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 ja. Hier sind Container am Strand. Und da vorne sieht man äh wo wir hin müssen. Weil da sind unsere Häuser markiert. Ah hier war ich schon. Okay. Äh ich muss dann jetzt nur fix was trinken. Und ich muss kurz power. Ich muss kurz einmal äh schwimmen. Schwimmen? Ja weil ich in Blood gecovered bin. Oh warte mal. Ich hab grad. Oh. Oh. Sonst kriegt man eine Infektion wenn man dann nicht schwimmen geht. Echt? Ja klar steht auch immer unten links. Äh. Ich bin da. Ah hinter mir ist auch nur einer. Oh Gott die Geräusche. Oh. Ich bin fast tot. Pankeler. 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 Oh. 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 Ich bin ready für die Höhle. Warte kurz. Oh. Ich würde mir lieber noch kurz Rüstung machen. Damit wir nicht beim nächstes mal direkt sterben. Wie macht man denn Rüstung? Das habe ich schon 5000 mal gesagt. Du nimmst die Leichen. Leg sie aufs Feuer. Damit die verbrennen. Damit du die Knochen bekommst. Und dann kombinierst du Knochen mit Stoff. Ist bei mir keine Rüstung. Hast du Stoff? Ja. Wie viel brauche ich von den Stoffen? Was habe ich hier grad kombiniert? Sieben Knochen und Stoff irgendwas. Ja oh so wie ein Knochen. Bone Armor. Boah das sieht krass aus. Ich bräuchte ehrlich gesagt mal Leben. Upgrades Bier. Hast du Medizin? Ne. Kann ich die droppen gehen? Ich habe auch nur eine Medizin. Das müssen du. Wie macht man denn Speer? Ähm. Zwei Holz. Gut das war simpel. Danke. Ich bräuchte noch ein paar Knochen. Wo finde ich denn noch welche? Gleich in der Höhle bestimmt. Das klang hat bei irgendeinem von euch so als hätte er voll einziehen lassen. Ähm. How did you know? Hä? Ziehen lassen kenne ich nicht. Nie gehört. Wer ist dieser ziehen lassen? Wie kann man sein Quick Select vom Backpack ändern? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Weil da steht eins Plane X. Zwei Mads. Drei Soda. Vier Boos. Aber ich hätte gerne den Speer zum Beispiel auf A2. Das weiß ich nicht. Ah. Ich habe es herausgefunden. Auf. Äh. Du legst den Backpack in die Mitte. Kombinierst das was neu rein soll. Okay. Also legst es auch dann in die Mitte. Drückst auf kombinieren. Kannst dann die Taste drücken wo es hin soll. Nice. Okay. I'm ready. Ready to fuck some. Oh. Ich habe halt fast kein Leben und keine Rüstung. Aber lass gehen. Wo war der Eingang nochmal? Hier. Wo war der glaube ich irgendwo. Wo war denn hier oben? Wo war der? Ach so ja. Ja warte. Hier war der. Hier. Ah. Nach unten. Äh. Dynamit hast du gemacht ne? Jo. Nice. Gut. Loading. 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 Jawoll. Jemand von euch uns liegt doch. Ich habe gerade ein kleines Lämpchen an. Oh. Ich kann eine Fackel schnell machen. Wie geht denn eine Fackel? Oh. Wahrscheinlich Stock und. Einfach Stock und. Stock mit Stoff und dann anzünden in der Hand. Wir haben Stoff. Wir haben Stoff. Wir haben Stoff. Wir haben Stoff. Und Stoff. hier unten sind noch Painkillers. Zumindest bei mir. Brauch ich. Gönn dir. Ich hab. Es gibt doch sowieso kein geteiltes Loot ne? Anscheinend nicht. Dann nehme ich mir die jetzt mit. Ah ne. Schau mal. Wir kriegen doch hier. Sehr schön. Geil. Wäre auch wieder Alkohol gewesen. Also ich kann noch mehr Stoff. Jetzt wieder Schokolade. Falls ihr wollt. Snacks. Dann. Leider. So. Sind wir ready. Um den Sprengstoff rein zu hämmern. Äh. Ich mach mir auch mal im fixen Fackel. Ja. Same. Und anzünden. Wo waren das nochmal? Äh. Hier links. Passiv. Wenn du ganz direkt am Anfang nach links läufst hier. Und dann da oben runter. Warum klang das so als ob meine Fackel gerade ausgegangen ist? Äh. Das ist immer so wenn du irgendwo... Achso. Der macht die Incentern einmal aus. Okay. Dann warte noch eben dass Phil hier ist. Gleich da. Komm du rüber gerutscht. So. Boah bin ich ready. Wuh. Geh da weg. Geh da weg. Oh shit. Oh. Hat gar nicht gerutscht. Oh ich hab nen Teenytoos. Same. Ist ein bisschen witzig dass man Teenytoos kriegt. Ich brauch noch ne TNT. Aber Pasi kann machen. Das ist gut. War das ne Opfergabe oder was? Ja. Weg. Ja. Randa. Gut Schuss. Und Teenytoos. Jo wir sind drin. Hä? Also ich hab zwei Lichter. Gerade. Und ich seh nix. Same. Ich glaub darum geht's dass es gerade einfach gruselig ist. Sehr dunkel. Abgefuckt. Angst. Okay. Hier sind auf jeden Fall wieder welche. Oh oh. Oh oh. Hier ist ein Baba Yaga. Yoda. Ein fetter. Das ist einfach ein fettes Baby. Der fu- Jo der brennt. Achtung hier kommt. Einer gerannt. Ich bin stuck. Aufwack aufwack aufwack. Hast du gerade ge... Oh lol. Der hat mich gerade dreimal... Wie hat der mich so oft gehittet? Ich bin schon wieder fast tot. Achtung da kommt gesprung. Das sah ultra witzig aus wie der da runter den Buddyslam gemacht hat. Ich heul gleich. Schritt. Ausfall. Ah fuck. Es ist mir hingefallen. Ich bin schon blut an. Das war wie scheinbar. Er hat nur noch gestopt. Ja ich hab das gesehen. Ich bring den eben um und dann... oh fuck 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 fuck. Ja. Scheiße. Benutzt am besten Sperr, wenn du einen hast, dann bleibst du ein bisschen weiter weg von dem. Ich glaube, er ist tot. Nein, ich will den nicht heute, ich will dich revisen. Das, ja. Da, mach ich. Bam! Jetzt ist Parsel bei mir auf dem Boden. Hä? Äh, ich muss was essen. Ist das da vorne ein Lagerfeuer? Ne, das ist Wasser. Was ist das denn für ein krankes Boot? Kann man hier in die Unterwelt fahren? Jo, warum sind hier links so komische Ringe? Dynamit? Ne, Leuchtwackeln aber, Mann. Oh, Leuchtwackeln aber mega, schieß mal rein. Schieß mal rein. Oh, hier ist, hier ist ein... Irgendwas und wieder so ein Videotape. Ähm, wenn einer Leichenteile hat, gerne einmal hier drauflegen. Du, du hast auch Snickers, oder? Äh, ne, ich... Doch, einen Snickers hab ich. Tatsächlich. Der war noch vorhin so viele. Bei mir nicht. Ich hab keinen gefunden. Denn dann hab ich euch alle wegesnackt. Ne, wie gesagt, ich glaub, das ist nicht geteilt. Aber warum hattest du denn denn keine? Bei mir waren richtig viele. Ich hab 14 aufgesammelt. Ja, vielleicht random. Ich hatte aber auch keine Snacks. Hier geht's übrigens gleich wieder hoch an der Höhle. Boah, ich find's grad ultra geil. Also wirklich, The Forest war für mich im Kopf ja immer nur so ein bisschen so Survival-Game-Kram. Ist es ja auch in a way. Aber wie man hier einfach Bosse klatschen muss und so, das ist ja voll geil. Also so krasse Gegner und dann, dann so Tapes findet und so, voll heftig. Ja. Ja. Ich hab The Forest, da ich Survival-Games eigentlich nicht spiele, hab ich immer sofort abgestempelt, dass ich das eh nicht mag. How long? Ich hab auch richtig Bock auf Green Hell. Green Hell will ich auch unbedingt noch spielen, ja. Ich wollte auch eigentlich nur mit The Forest jetzt anfangen, weil ich das Game schon hatte. Naja. Und jetzt nicht ein neues Dreck kaufen wollte. Oh. Da ist ein Dude. Wo? Weiter oben. Ach, bist du noch oben gegangen? Ich bin noch unten bei dir quasi, Phil ist schon hochgegangen. Ich mach mir hier nur grad zwei lecker Beinchen. Grüne Hölle einfach. Ja, Green Hell hab ich schon lange Bock. Ja, gerne. Entschuldigung Leute. Das Gebot. Ja. Ich hab die Errungenschaft meiner Cannibalism bekommen. Das ist nicht gut, wie gesagt, du wirst wahnsinnig. Äh, drück mal nochmal B und dann auf deine Statistiken. Das ist ganz, das ist das zweite von rechts. Das heißt, wenn man wahnsinnig wird? Äh, irgendwas. Das ist das zweite von rechts. Das ist das vierte von rechts. Ne, bei mir ist das zweite von rechts. Stats. Ähm. Conditions infected find Aloe Vera to heal. Aloe Vera. Currently feeling good. They survived 4. Sanity 60%. Ich bin infiziert. Ja, ich auch. Ich muss nur Aloe Vera finden. Ihr Land Grüne. Hier ist Wasser. Ich hab aber angeblich Aloe Vera sogar schon mal gesehen. Weil ich hab's in meinem Buch. Jo, hier hängt einfach einer. Schau. Das war ein sehr schönes Wheeze. Okay, cool dann. Ist das die TNT? Ja, Phil. Ich schieß mit TNT nach dir. Ich wusste es. Wir können schlafen. Jo. Kann man schon schlafen? Ja, hier sind's heute. Und schreien, ja. Also ja. Ja, dann lass doch kurz mal pennen, oder? Mhm. Ich hab auch noch mal gespeichert. Speichert ihr am besten auch zwischendrin mal? Hab ich. Okay. Asi, haut drauf. Buna. Juhu, ein neuer Tag. Hab ich nicht so überbelichtet. Hast du eigentlich jetzt deine neue Cam dran? Ja. Nice. Du geil. Warum hast du eigentlich gestern oder vorgestern nochmal mit der Alpen gestreamt? Ich hab einen Cam Link von Maite ausgeliehen bekommen. Beziehungsweise von unserem Set. Hier geht's hoch. Und jetzt hab ich von ihm, von AV Media sowas bekommen. Also ich konnte das Cam Link zurückschicken. Beziehungsweise stornieren. Ach krass. Okay. Dann hast du jetzt also so eine richtige, richtige Capture Card quasi. Mhm. Oh. Nice. Hast du dadurch irgendwie ein Delay oder so? Äh, ne. Alles gut. Und das ist eine externe Capture Card? Mhm. Wild. Also du hättest echt hoch Leute. Oh warte ich muss unten erst was trinken. Oh. Ja. Ich geh erstmal hoch. Äh. Aber der Cam Link ist echt geil so. Der normale Cam Link? Ja. Mhm. Ja. Ich hab den ja auch. Mhm. Es regt mich halt irgendwo halt einfach nur so ein bisschen auf. Klar, dass der so teuer ist. Ja. Weil. Ja. Da ist schon irgendwo, irgendwo Software und Technik dahinter. Aber es macht halt nichts anderes als ein HDMI-Signal in ein USB-Signal umwandeln. Ja. Und das ist eigentlich nicht den Preis wert. Aber egal. Aber ne. Mhm. Mich regts auch ultra auf. Ich hätte mega gerne die Keylights. Aber ich find die unverschämt teuer. Also das, das ist wirklich unverschämt teuer. Das stimmt. Und das kannst du halt auch mit jeder anderen, äh, 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 Lampe. Ja. Ich glaub ich bin draußen. Okay. Ich komm hoch. Alter. Also der, ja, das erste Seil ist unangenehm lang. Mhm. Das ist so ein bisschen grad Metal Gear Solid. Ach. Ach, hier war ich glaub ich auch schon. War jetzt vielleicht cooles in der Zukunft einen Dreier zu haben. Okay. Well. Ihr kennt ja meinen Onlyfans, ne? Fun Fact. Als damals Onlyfans rauskam, ne? Habe ich mir aus Scheiß da instant den Namen LC Brain gesaved. Weil, wenn ich schon mal irgendwann da Pornobilder kaufe, dann auch unter meinem richtigen Namen. Ähm. Ich wurde da letztens gehackt von einem aus Polen. Und dann hab ich, also irgendwie einer aus Polen hat sich angemeldet, dann irgendwie einer aus USA oder so. Und ich dachte mir so, pfff, keine Ahnung ist mein Onlyfans Account. Juck, da ist nichts hinterlegt. Aber, ich hab's gestern dann gelöscht, meine komplette Bio auf Onlyfans war voll mit buy my nude pictures bla 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 mit Preisangaben und ne Bitcoin Link. Juck. Der hat einfach, niemand ist mir gefolgt oder irgendwas, aber der hat meinen Account einfach benutzt, um angeblich Nudes zu verticken. What the fuck? Das ist wild einfach. Das hat denn das jetzt mit VR-Spiel zu tun? Ja, weiß ich auch nicht. VR-Spiel? Phil hat dich gerade gefragt so, welches VR-Spiel spiel mir nix. Ja, witzigerweise mein Onlyfans Account. Achso, ich hab davor gesagt, Funfact, ich hab mich gemutet, weil ich grad mit dem Chat geredet hab. Ich hab's von Phil gar nicht gehört. Wow. Das klang gerade so. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie was, du hast auf Onlyfans ein Nacktbild gesehen, wo die VR gespielt hat. Und da hat die irgendwas cooles gespielt, was so mit mir spielen wird. So eine Story hab ich jetzt erwartet. Wenn's passiert, ich lass's nicht wissen. Holy shit! Liz, holy fuck. Danke, man. Gute 700 Quotes. Gefällt mir. 700 Quotes. Holy fuck. Ich dacht, ich geh mich kurz waschen. Hab mich gewaschen. Warum kann ich im Wasser nichts mehr trinken? Ja. Ich hab nur Alkohol zum Sippen, ne? Du fragst, warum kann ich nichts mehr trinken? Also meint's jetzt Wasser oder? Ja. Einfach an so'n Bach. Ja, das kannst du drüber. Hehehehehe. Was ist jetzt passiert? Hast du grad dynamit hingeschmissen? Nein. Das würde erklären, warum das so geshatert hat. Ich dachte, hinter mir ist so'n Fett auf dem Block. Don't make me do it. Ist das wieder so'ne Fackel? Oh! Hallo? Sind die Fische tot? Wahrscheinlich. Guck mal, hier kannst du trinken, Yannick. Ne, da konnte ich nämlich nicht trinken. Oh. Jetzt geht's. Du scheiß Hexer. Ja, warum, ey? Das war das Dynamit, das hat ein bisschen Wasser hochgepumpt. Sag mal, spawnen eigentlich die Bäume wieder? Oder wie funktionieren die da? Fehl, das ist nicht Minecraft. Wie viel wir jetzt einfach schon am Anfang direkt geschafft haben. Voll crazy. True. Aber, unsere Sanity, ne? Wie kriegen wir die denn wieder hoch? Wie hoch ist denn die bei euch? Obwohl, jetzt so bei mir 61. Die war eben 60. Ich glaub, wenn man da nicht in Höhlen geht, dann wird man wieder normal im Kopf. Hm. Ist das Wohlgefühl? Äh, das was oben links steht. Unter Currently Feeling. Momentaner Zustand, gut. Ja, und da drunter links, oben. Geistige Gesundheit. Ja, was hast du noch? Jo, warum hab ich 61? Wahrscheinlich. Weil das so viele Menschen ist, deswegen. Ja, aber ist doch gut. Das ist doch nicht problematisch. Das macht... Doch. Hä? Bäume wachsen, okay. Meine Sanity ist noch bei 3%. Wenn man nicht in Höhlen geht, ist man normal im Kopf. Ja. Wer in Höhlen geht, ist ein Freak. Wo ist der Vogel hin? Da. Vogel! Geht's fischen, Leute. Fisherman's Friends. Uff. Soll ich eine Seite bezüglich der Steigerung der geistigen Gesundheit zitieren? Ja. Sind wir meine Fischen? Im Gegenzug dazu behält oder stellt man sie wieder her, indem man sich ausgewogen, aber kein Menschenfleisch ernährt, sich öfters ausruht, auf Bänken oder Stirn schläft oder Musik hört. Ah, okay. Deswegen hab ich ein Musiktape. Oh, Leute. Boah, ich würd so gerne in dieses riesen Loch hier rein, ne? Wie kann man... Wie kann man mit dem Seil... Wie kriegen wir das denn? Das ist eigentlich auch schon. Äh, es gibt auf jeden Fall ein Kletterseil, aber das ist nicht das, was man denkt, dass es ist. Stick Bag? Small Rock Bag? Quiver? Äh, Kletterhaken bekommen wir in der Höhle. Okay. Aber lass dich jetzt nicht vom Chat die ganze Zeit spoilern, ne? Ne, ne. Ich hab... Sorry. Ist das... War das? Also... Ne, alles gut. Wenn du das weißt, dann ist es okay. Ja. Ich möchte gar nichts wissen, Fee. Okay. Geh aus Discord. Geh aus meinem Leben. Okay. Was ist denn so? Oh. Einfach springen. Stimmt. Wir haben noch einen schnellen Weg. Warum machen wir es so schwer? Können wir nicht einfach mit dem Flugzeug da runter fliegen? Hat doch schonmal geklappt. Können wir einen Flug bauen? Können wir einen Flug bauen? Können wir nicht theoretisch einen Kran bauen? Oder... Wir nehmen den Schlitten... Einer... Jo, wahrscheinlich. Dann hoppen wir. Dann hoppen wir. Dass das gut geht. Wo war denn dieser Kran? Wie weit kann denn so ein Kran nach unten? Ja, das funktioniert safe nicht. Oder? Nee, da brauchen wir safe den Kletterhaken. Ja, denke ich auch. Wäre aber schon cool. Du bist cool. Danke, du auch. Climbing Robe! Hä? Ne, ne, das ist das, was ich dachte, aber das ist nicht... Also... Ne. Sehe ich auch? Ja, ich habe schon probiert. Ach so. Das kann man zwar auswählen, aber dann nicht dort placeen. Schöne Textur. Hm, 2D. So. Boah, ich will sowas von da unten rein, Mann. Boah, ich kann doch oft jetzt rum. Ich will da runter springen? Ne. Ich spring da runter. Mach... Ne, mach nicht. Mach einfach her, ich spring runter. Nein, mach nicht. Hab ich da ja gehört? Phil. Danke Phil. Ich spring jetzt runter. Nehmen wir mal nicht. Ein Jahr hat gereicht. Aber lass mich wenigstens aufnehmen. Ich hab ein Camcorder. Ich hab ne Kassette frei. Hey Leute, hier ist wieder euer Lil Confused Brain und einfach nur Janik und ich springe jetzt das Loch runter. Ciao kapurrrrrrrrrrrrrrr. Das klingt nach was, was ich tun würde. Ne, dann so. Kapurrrrrrrrrrrrrrrrrr. dann falle ich immer langsamer runter ist das denn war gerade kein inhalt echt hallo 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 kein halt einfach kann man das doch safe austricksen ich bin auch schon um das loch gelaufen und habe geguckt ob es vielleicht eine höhle gibt die dann so langsam nach unten führt aber habe ich leider nichts gefunden wo du einfach bist eine karte ich glaube nicht freut mich alex dir noch auch eine wunderschöne nacht und vielleicht bis morgen morgen geht es mit paper mario weiter das problem ist halt wenn du jetzt da stirbst und nicht alle sagen holst hast du halt die sache nicht ja deswegen wollte ich auch die ganze zeit nicht dass er springt weil ich bin wieder da aber ich habe jetzt darf nicht mehr geld zu pries aber ich bin im flugzeug gespawnt sind jetzt wieder normale sachen also für dich alle wieder da ich habe alles verloren nicht meine sachen im flug soll sind die neue gespawnt oder immer so ein paar hier ist ein alligator mein größtes problem ist jetzt aber ich habe einen bogen wo ich glaube ich habe mein herz verloren was habe ich erwartet dass der alligator nicht zubeißt wusste alligator hin hätte war doch gerade hier hast du ihn getötet und er ist untergegangen da ist er hier ist ein rabe bei mir gespawnt scheiß arsgeier noch nicht mal tot schon ist er bei mir was ich hier mache ja du kommst natürlich wieder der schläft der schläft der schläft kommen kurz auf den kopf warte wo habe ich den kopf wir schlagen auf 3 1 2 3 ich habe mich gefragt wie was hier drin ist warte das da alkohol sieben monate pixel holy shit danke man dank für den langen support hallo was macht ihr da wir hauen uns mit alligatorköpfen auf den bauch auf den kopf man sollte 29 sind zum tag der zitate auf jeden fall heute war wild wieso kann ich denn nicht das ist ein scheißegal wie weit seid ihr denn bitte weg ja 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 wir sind ein bisschen gelaufen ich glaube hier ist noch eine spalte welche ich habe auf jeden fall eine höhle gefunden eine neue denke auch trotzdem was zu essen ich glaube wir sind hier auch safe im begriff eine neue höhle zu finden das sähe da noch aus yo guck mal wie nah wir jetzt an diesen riesen berg da kommen man kann sich tatsächlich schneeschuhe craften mhm das hatte ich auch gesehen okay das da hinten ist auch alles schnee guck mal wie eisig das hier wird ja da würde ich erstmal nicht rein laufen sonst erfrieren wir noch ja ah wie krass das aussieht was denn das da hinten das rote hier ja das ist so ein kleiner busch ist da ein ne aloe vera sieht anders aus das ist so eine längliche grüne pflanze eigentlich äh ne das ist einfach nur ein busch ohne beeren einfach nur ein busch can't carry any more rocks das ist die traurigste nachricht die ich heute gelesen habe man meine steine immer als meine mama gesagt hat janik hast du alle steine aus deinen taschen genommen nein noch nicht immer als sie meine hose waschen musste unsere waschmaschine ist schon wieder kaputt janik ich weiß ich weiß george war noch in meiner tasche ich mochte diese waschmaschine sowieso nicht george das geroll george aus dem dschungel hm das finde ich du hast drunke ich weiß das das finde ich im real life aber im magen knurren aber ich gerade kein poker was zu essen du hast drunke ich weiß chill doch mal scheiß magen ich glaube ich könnte in der wildnis nicht überleben ich könnte nie ein tier umbringen doch so ein menschen also kannibal wäre kein problem ja das wäre okay seh ich ehrlich seh ich ehrlich mit meinem ehrlichen auge also wenn ich mal ehrlich gucke doch seh ich mich hehehe hehehe der ehrlich blickende bus alter wir sind jetzt bei mir schon bei quote 707 was ist heute passiert waren die nicht so bei 600 oder so ja heute ist auch echt ne menge passiert schreibt ihr den ganzen stream auf ne guck mal wie witzig ich bin das bezweifle ich das bezweifle ich okay gut sagte der der heute noch nicht mal streamt ja deswegen da bist mit bist du gemein paus ich ich mach endlich dein stream lustig ach so warum bist du heute so anti du gehst mir den video auf den sack du gehst mir generell meinem leben auf den sack Freunde äh ich hab endlich essen gefunden ich Jannik komm mal her wo bist du? nach da guck mal wir sind sehr egerhaft aus die maske also das ist keine maske das ist ein kopf welcher kopf siehst du den nicht? ne bei mir hängt ja nix guck mal kurz im egal der ist sehr acke wird heute weint einschlafen ja das werd ich so wie jeden Tag jetzt lacht er mich aus so wie jeden Tag so wie jeden Tag aber so einfach so Phil kannst du kurz ins Discord kommen? ja nur einmal kurz reinkommen zum auslachen äh du hattest noch ne Höhle quasi jannik einfach deutsche Nelson äh ja warte kurz ich brenne Phil komm auf gar keinen Fall zu mir das meine ich ernst hast du du Wichser ich versteck den Kopf gib mir den Kopf nein doch der kommt ans Haus nein Pasi hör auf wo ist er? zeig uns die neue Höhle wo ist eigentlich warum ist unser Haus eigentlich also die eine Wand so kaputt äh ich glaub ich hab da mal aus Versehen reingehämmert als ich den Lizard gejagt hab oh Leute hier ist ja echt mega die Lücke zwischen Bro ja wupsi sind wir eigentlich versichert so? ich glaub wir haben ne Hausratsversicherung ja Pasi ich schwör dir wenn du das wenn du jetzt den Bambi Kopf im Kopf oh man du hast ja keine Items ne ist ja eigentlich relativ egal wenn du stirbst ne ne der Pasi ist schon weg darf ich wieder rein? zeigst du uns denn die neue Höhle? wieso mit nem Kind? ja du kriegst erst Sannisigkeiten wenn du uns die Höhle zeigst als ob ihr euch beide diesen pinken Banner geholt habt in dem Dings ihr Lümmel äh pinter pinker Profilrahmen ach so auf Steam ja find ich voll cool ich find's voll geil dass man jetzt nen Background haben kann der animiert ist wo bin ich ihn jetzt gespawnt? äh in der Hütte bei uns danke Jannik ich hab mein Stuff wieder als ob ja guck mal ich wusste das du bist in der Höhle gespawnt worden ich wollte dir einfach nur helfen man wieso machst du das? nice so ab in der Höhle wo hab ich ihn Bambi Kopf liegen gelassen? quasi jetzt kommt obwohl lass ah soll man nicht warten zum pennen? weiß ich nicht wir sind halt ja eh ja genau deswegen ja ok Drew warte ich trink noch schnell trink nicht daraus Höhle 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 ich hab nix anders so die Höhle war auf jeden Fall in der Richtung das finde ich aber wirklich ein bisschen weird dass man nichts droppen kann ja ultra ich dachte hier kurz es wäre hier ein Monster mh vielleicht kann man sogar was droppen und wir sind einfach nur ultra blöd dabei war es eigentlich nur ein Red Bull so alter der hat auch immer ein ASMR atmen am Start wenn er ein bisschen rennt mhm wann klinge ich denn so? nie weil ich kein Sport mache ja immer beim Treppsteigen in der Mitte ähm hier wagen wir doch das war mal ein Ausgang glaube ich bei der Höhle ihr wart auf jeden Fall in der Richtung und hier war irgendwo ein irgendwo ein Höhleneingang weil ich hab euch ja noch nicht gesucht ich glaub ich sag mal wir wirklich warten bis es hell ist damit wir irgendwas hell sind ich hab ja jetzt wieder mein Stuff oh alter Sandasen mehr Bruder Krokodil nice mach sie jetzt nicht Yannick alter wir haben ne Sonnenfinsternis was? ah mit dem Mond könnt ihr das bitte überspielen ich hab grad nichts gesagt wo war die Höhle? boah wir haben ne Sonnenfinsternis aber mit Mond äh hier hinten sind Leute äh Alter Yannick du bist einfach anders besonders so ne hier hinten ist einer der brennt seid ihr bei mir? ich ja ich hab Angst hier ja boah der stand da so und wollte uns was anbieten und wir hacken ihm direkt tot Pass auf nicht das den alten Gohne kommt komm her oh lol da kann mein Bruder boah der hat mich hauen der hat mich hauen Fick dich Einer tot alle tot nice so denken wir sollten näher zurückgehen wieso jetzt hell ist weil ich so nicht den den Höhleingang finde er würde auch wieder hin Sonnenfinsternis bloß mit Mond hört auf ähm hier kommt eine angewand komm her Pussy da sind noch zwei am Strand drei am Strand ich trage gerade den Körper seines Freundes ich kann mich vielleicht gar mit dem Hitten ne geht nicht gut dann kriegt er so aufs Maul Alter was hier für ein Gangbang Schaffst du das? Entschuldigung oh ja komm mal zu kein Ding warte ich will die Kamera mal ach du hier so noch schneller zwei stück easy haben wir da? ach okay ey ich find's immer noch so was hast du davon? mich hat drei mein Krokodil angeschnappt und ich hab nix wegbekommen Pfff ey was schuld das ist immer noch so arschgruselig wenn man einen umgebracht hat und man den dann so winseln hört weil er am verrecken ist hier sind zwei Krokodile hier ist noch einer der läuft aber weg gut der hat Angst vor mir der weiß wer der hier der Eifer ist Kollege Kollege ich wollte kurz sagen kannst du jetzt mal bitte sterben du dumm auf geht fehlt einfach deutschland an die Gesundheit Koffi danke Papa ich hau den jetzt einfach mit seinen Kumpel wo ist er denn? hier gesundheit danke kuss WTF ich wurde gar nicht in die Luft teleportiert ja aber ich glaub weil ich gegen deinen Arsch gesprungen bin du kennst den Arschdinger ok hab ich geboostet das sieht original aus als ob hier so Leichendinger das sind nur so Baumstämme ja alle Treppen 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 ich krieg grad voll aufs Maul danke für das du wegläufst ich musste meine Leichn ablegen hinter euch ich bin tot gleich ich bin tot danke für ich Brodo bist einfach weggelaufen ich bin auch hier ich hab dich nur nach vorne laufen gesehen ja ich muss dir ja dann lass mal hier am Zelt pennen jo ah können wir noch nicht mal oh lol aber wahrscheinlich weil es halt wieder früh wird oh ne doch nicht ne ne wird noch voll ich will zu dem Zelt hier ich geh nach Hause und ist gleich voll und ich bin dran gehst doch nicht nach Hause Phil steht der da mit der Leiche im Arm vorm Zelt ich werd nicht mehr ich werd nicht mehr mein Kuschelkissen mein Kuschelkissen du oh ich brauch jetzt essen ja ich esse jetzt auch fix was dann trinke ich noch was und dann würde ich langsam auch durchziehen ja dann würde ich auch aufgehen ja tatsächlich weiß ja nicht wie es bei euch ist aber ich bin jetzt gleich sieben Stunden live ja ich auch so ziemlich ich bin gerade 3 Stunden live Ehre oh mein 24 Stunden Stream ist gleich vorbei oh nice ich freu mich cool aber macht mega Bock ey holy shit muss man auf jeden Fall weiterspielen ne find ich nicht ach komm ey seid doch einfach mal ein Menschen sagt der Menschenfresser hier in dieser Gruppe guck ich komm rum und sieh wieder dass du Beine frisst ja die sind lecker das sind halt gute Spare Ribs ich hab viel gesehen Beine rippst du und ich sage Gordon Ramsay wäre stolz auf dich Yannick danke wenigstens einer guck mal jetzt weiß ich gar nicht mehr wo mein Fleisch ist and now eat also mensch holy shit felix danke sehr 25 monate thank you my boy alles super ich hoffe bei dir auch man du kannst auf jeden Fall boah es gibt so einen Destillierer glaube ich ja aber Metall warte Metall Tablet habt ihr die? ja oh Gott damit können wir Sachen tauschen ihr müsst kombinieren yo was passiert wenn ich das kombiniere? das kannst du dann das kannst du dann vorzeigen und dann kann das einer nehmen krass Phil du absolut krasser Typ saugeil ja nice dann speichere ich jetzt nochmal speicher ihr auch mal auf irgendeinem auf crispy snacks auf dem safe state damit wir damit wir damit jeder eine sicherung hat ne sicherung ne sicherung wir sind jetzt einfach schon Tag 6 voll gut ich weiß nicht so gut ist es nicht die werden halt wie gesagt immer schwieriger ja ist doch witzig ja ist so oh meine sanity ist bei 52% ok vielleicht sollte ich echt aufhören Menschen zu essen ey echt warum ist das jetzt? so dann mach ich den Server jetzt mal dicht oh exit to windows alright vorhin hat es sehr viel bock gemacht ho die